hallo freunde und herzlich willkommen wieder zu einem neuen live stream wieder zurück hier auf real life online bei mir auf dem kanal und herzlich willkommen ich hoffe euch allen da draußen geht es gut und ihr seid heute auch so gut drauf schreibt sie mal rein wie es euch geht ich befinde mich hier schon bereits auf den straßen von la aber nicht im dienst das heißt wenn ich jetzt kein skateboard habe ich habe kein skateboard ich habe ein snowboard aber das kann ich nur verwenden ja ich muss mal kurz ins pd rüber laufen und mir hier mal sachen besorgen am besten irgendwie so undercover ich will hier nicht gesehen werden sonst wäre ich gerade noch einbockt so irgendwo durch und durch matze das geht ja ich habe heute mal ich habe heute einen plan ich habe heute einen plan hier der plan wird sein polizist zu spielen in los angeles und ich will halt einfach mal markt streife fahren also ganz normal irgendwo start count irgendwas einfach nur markt fahren einfach ganz normal cop sein wenn irgendwas spezielles gebraucht wird dann wird man das natürlich machen sondern aber sonst was wollen die von mir lasst mich in ruhe hallo ja kann man ihnen helfen nö ich glaube nur zur arbeit okay profis am werk oder nein ich geh jetzt zur arbeit aber danke sehr lieb von ihnen danke so nett die leute erst mal erst mal richtig reingeschissen oder erst mal richtig reingeschissen so oh mein gott am anfang vom stream anime danke fürs vip werden bader knallt raus zehn gegiftete subs kuss kuss an dich oh mein gott bader dankeschön ich habe mir aber auch gedacht dass wir uns ein neues auto einfach in dem in dem zeitpunkt kaufen können das wäre nämlich geil finde ich ich mache mich mal ten aid eine er worden ist in der luft der fliegt ein commander ob es fröhlich ist da fröhlich ist jetzt neulich commander herzlichen glückwunsch denn aid ich bleibe als kap die kapital punkt name linken ich werde mich ich denke ich werde mich einmal vorerst in den straßen wagen setzen und zwar in der city und als captain one als seowitsch ist es okay okay master seowitsch moral dann haben wir 70 15 was war das schnell minus 9 15 war die sechs das war die batch nummer so dann melde ich mich mal was denn das hier das sind supporten aber kein support ich bin heute nämlich kein admin und ich bin heute auch musik befreit leider okay punk so wir kaufen uns glaube ich heute mal ein ehren und ein ehrenauto neues an den lieben bader noch mal herzlichen dank und an alle die gerade vip bekommen haben bedankt sich bitte beim liebsten bader so ein community supporter so hotdog alter hotdog gibt vor wenig schmutz ist fünf hotdogs oder bist du nicht einmal satt schauen was ich rein essen kann in meinen kopf ach du kacke handa mcneel sie ist deine eigene fahne nach ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal ein auto kaufen ich singe auch nach aber dafür kein fladen auf dem kopf bitte wenigstens muss ich meine haare nicht verdecken den tollste für jetzt haben wir auch ein holster und sind ready to rock so dann haben wir hier kriegen wir bitte ein offroader in die city ja ich würde das übernehmen ja dann vor danke gut wir sind zu wenig offroader ich bin ebenfalls mal auf offroader von unsererseits auch ein bisschen straßen unterwegs ja dann bleibe ich im straßenwagen weil dann ist das aufteilt gerecht dann fahren sie offroad passt schon alles gut wichtig ist das offroad linken 1690 mission war außer funke irgendwie hätte ich mal bock auf einen auf einen crown weg wobei habe ich einen crown weg lass mich mal schauen habe ich nur einen anmarkt crown weg bei der rettung der erde fahrrad fahren wenig fleisch und vor allem dosen biers auf dem material haben wir extern hals aus seinem arm raus alter ne er hält nur seinen armen vor von von hals ist ein bisschen unbequem aber wenn er da schon so standhaft seinen arm hält kann ich meinen kinder rum ablegen macht es ein bisschen bequemer so für mich haben sie euch da festgeklebt äh ich leider schon hast du zufälligerweise ein bisschen öl einstecken du bist ja ich reiß jetzt den arsch da raus hallo fröhlich 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 ich habe nämlich vor ihm im cd habe ich schon gesehen was wir haben uns gedacht wir tun das erwarten kann man dem nächsten transporten gefallen und ernten die pflanzen einfach ab underwood hat das nicht so cool verstehe ich jetzt nicht wieso da hat er sein unterholz geschwungen wieder ja ja meine güle ja ich war so ich war noch nicht mal erkenntlich als polizist ne ich war nur der zivil ermitteln sagst du heute überschlagen wir uns männer alter nein ich hoffe ich werde jetzt mal crownvik oder so vorgehen ja äh frage wer hat dich hier bei der verfolgung die eilersleitung kommt wie hieß der ehne nummer cvito cvito der wird vom vom garagenali als sion victor verkauft genau genau den garagenali kennst du den garagenali ja 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 ich kenn den garagenali der wird als sion victor verkauft okay der ist soweit ich weiß in der anmarktkategorie kannst du aber eine marktlackierung drauf machen und der fährt sich geisteskrank gut den werde ich mir machen genau der ist das da der ist in der anmarktkategorie aber du kannst halt die lackierung drauf tun und der blinkt wie ein wahnachtsbaum oha auf der stehe ich warte ich geh mir den kaufen ich brauch mehr gern so 35.000 35.000 denk an tuning nehm 50 60 mit 100 100 x-ereinheit wo du den kollegen und den täter mitgenommen hast äh aus welchem grund so hana auch im dunkelsten raum gibt es irgendwo ein licht andl einfach danke vom herzen dank her ich bedanke mich hier für 59 99 ganz 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 liebe grüße und herzlichen dank viel Spaß wir sehen uns machst du mit bei der rettung der herde ähm ich mach mit bei der rettung der stadt ja ok perfekt polizeibeamter anmarkt anscheinend soll der der das muss wohl dieser warte wie viele autos warte mal das ist der cv welcher war es der cvpi um oder so nein war es nicht der cvpi uc oder ok nochmal fragen wo ist meine rettung der erde da ist der darin welcher war das der cvpi uc oder was ne xy und victor heißt der ja beim garagenali aber wie heißt der im shop xy und victor eigentlich warte mal schau mal komm bei anmarkt war der drin ne ja eigentlich schon der kann nicht so heißen der muss anders heißen der muss das ist das was du meinst das ist die fahrgestellnummer achso ja ja cvpi um um ist das ok ich danke dir informativ fahrzeug kompromission row woher 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 ist das fuß das wird das wird mein einsatzfahrzeug heute kompromission row vorbei ich glaube es linken 16 und linken 19 10 8 linken 16 und linken 19 adam 16 adam 16 10 8 in county servus den wir werden heute mal ganz normal strafe fahren ich werde heute mit leute kontrollieren so ein bisschen ausweis fragen dies das ananas bei verfolgung sagt no wir werden heute einfach so ein bisschen hier das wandelnde schaf sein einfach so xy und victor wir haben by the way neue sirenen leute ja das gibt es auch jetzt fresh und neu hey freunde schreibt zwar bitte ein ein hashtag danke hannah in den chat für die groß 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 zügige spende und auch ein großes großes dankeschön an den lieben bader der schon seit monaten hier vips verschenkt aber nicht nur im einzelstück sondern immer im vollpack herzlichen herzlichen dank also ich fahre mal gleich zu den mechanikern dann schauen wir mal die sirenen hören sich da draußen als sie noch weil dann hallen sie so draußen hallen sie nämlich so geil richtig cool ich schaue mal ob die mechaniker gerade kapazität haben weil sonst fahre ich zum sonst fahre ich zum zum aliexpress fahre ich dann schrauben und muttern aliexpress schrauben und muttern schauen wir mal ob die mechaniker auf die pälle gehen können es sollten eigentlich welche da sein jerry ich freue mich auf den auf meinen ersten dienst beim patrol ja vielleicht sieht man sich ja mal viel spaß hallo abziehen tuner frei ja aber ich mach das schnell wie sie wollte nicht stören alles gut alles gut passt der müsste nur einmal komplett die volle hütte machen mit federung ohne alles voll alles voll alles voll okay dann bitte einmal dann bitte einmal 13.650 hier einzahlen war er jetzt nicht bitteschön es fehlt definitiv du auch also ich weiß ja nicht wie deine äh einmal wurde sie ja geklirrt aber das ist schon etwas länger her ja ich weiß ich habe gerade mal die datenbank abgerufen weil ich was schauen wollte und da ist mir aufgefallen dass so definitiv Spuren fehlen müssen bitte alleine ansteigen abgesehen kannst du den wagen bitte aussperren achso ja klar bitteschön bitteschön aber kann nicht irgendwie durch die verunwende oder irgendwo gekommen sein ne ähm ne eigentlich nicht die datenbank bzw die Spuren wurden schon vor ewig an in die datenbank eigentlich eingetragen wer steht denn auf der verhandlungsliste aktuell Connor Gruber nicht begleichen der Supreme Court Rechnung Felix Wolf fehlen bei Verhandlung Rick Schein besitzt von illegalen Schusswaffen und Mike nicht begleichen der Supreme Court Rechnung ist ja langweilig keine Serienmörder gar nichts auf der Verhandlung haha alle so brav ich möchte nur dass der Chat endlich komplett grün wird Kuss ob wir das jemals schaffen ob wir das jemals schaffen ich kann dir den Wunsch erfüllen wenn wir VIP Modus reinschallen dann geht es recht schnell dann ist es nicht so teuer für dich haha danke für den Support auf jeden Fall danke 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 weiß ich sehr 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 zu schätzen und auch an die liebe Hanna ne für 60€ das ist verdammt verdammt viel Geld okay du ich jetzt immer da kontrollieren was steht da Rakete vielleicht ist das einer auf der Fahndung nicht einmal in der Werkstatt Rakete Niklas Black ich geh jetzt einmal die Akte checken Niklas Black sehr viel wo ist der mit der helft? mit hier Vorausgesetzt die haben nicht abgebremst die waren gerade für Walmart äh ja Hürraschein hat er verloren der Herr Black na tschau na tschau na tschau so jetzt lassen wir den einmal da tunen und danach habe ich hoffentlich ein gutes neues Auto oh mein Gott Schwerterverkehr ist im Fölben bei 306 äh hinterm Wasserwerk statt auswärts 306 wo ist denn das? ich würde es nicht sagen was passiert das war doch mal das war doch mal mit Postleitzahl informativ ein schneller Ferrari oder Lamborghini fährt stadt einwärts am East East Highway jetzt rauf mit 192 im Litz Farbe äh schwarz wenn ich nicht gesehen habe ok das ist jetzt gleich der Orang dann werde ich mit dir hier das Schatz ist auch da hallo informativ ein zu schneller Lamborghini ist gerade am Bilba 4 Krankenhaus abgefahren von der Autobahn mhm ein schneller Lambo wir haben heute heute sind sie sehr sportlich aber wir werden einmal testen was der Crown Mixer drauf hat dass er wahrscheinlich nicht am Highway gut sein wird aber wir schauen einmal was er drauf hat BLZ was ne war das nicht immer nur ne das war P das war einfach nur P 306 dann hat sie es nochmal angezeigt wo ach so da ist es ok ok wir haben hier so wir haben hier äh Postleitzahl ne ne Postleitzahl war es nicht das war es nicht ähm fuck was sollte ich jetzt fragen es war einfach mal es war einfach P immer keine Ahnung geht grad nicht ähm ist ihr Fahrzeug eine Rakete ne selbstverständlich steht auch auf dem Kennzeichen ja deswegen frage ich und jetzt machen sie aus einer Rakete eine Überrakete oder was na genau ich mache jetzt eine Hyperschallrakete draus boah und wo fahrst du es dann ähm ja gar nicht natürlich nur bis 130 das gefällt mir es ist nur äh einfach fürs Gewissen genau ja für die Rennstrecke ne oder für die Catalina Brücke ne ja gut aber da bin ich tatsächlich gesauft haben sie auch ihren Führerschein auf der Rennstrecke verloren ähm tatsächlich nicht mhm warum ist den verloren noch gar nicht wirklich ja doch schon ich habe ihn schon mal verloren aber ich habe ihn grad jetzt darauf bin ich auch sehr stolz ja ja deswegen wollte ich sagen ob wir es dann halt nicht auf der Rennstrecke verloren ne ich habe mich jetzt sogar bei der Academy jetzt beworben ist oh ja ich suche jetzt wieder irgendwas mir ist langweilig nicht Spaß bei der Polizei wird ihnen nie langweilen das können wir uns mal glauben ja ich habe schon mitbekommen als ich das letzte Mal als Geisel genommen wurde habe ich schon gemerkt dagegen muss man mal was tun die Stadt wird nie schlafen die Stadt wird nie schlafen ja eben es sollte sich jetzt nicht so anhören als wenn es LAPD nichts macht ne nicht dass sie jetzt so rüber kommt nein 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 sie müssen auch mal beim LAPD sein dass sie dann verstehen was was da wirklich abgeht ja aber was man manchmal so am Hauptplatz erlebt wenn da so irgendwie so zehn Cop-Autos hinter so einem Auto hinterher fahren ja das sind Vorsichtsmaßnahmen ja traurig aber die Leute sind nicht immer nett das da drüben sind nette Leute na Cedric ja PD Cedric ist ein netter Mensch alle nett hier ja vorüber also ähm vorübergehend vorübergehend ja genau vorübergehend Shido ist auch ein netter Mensch auch vorübergehend vorübergehend ich bemühe mich ja seine gute Laune ist im Zopf hinten äh den hat er immer auf also von dem her hat er unendlich davon das stimmt aber der hat den Zopf nicht schon immer das stimmt ja die hat sich jetzt angestaut die gute Laune aber jetzt die behalte ich jetzt aber man muss sagen es passt zu ihm dieser Zopf das stimmt ja finde ich auch Cedric ist so jemand der lebt diesen dieses dieses JDM der lebt so dieses Autodasein und diese Frisur es passt einfach ja ja glaube ich noch solche Kisten das ist entweder das ja es passt halt ja ist ungelogen ich besitze eigentlich kein privates Fahrzeug das äh nicht irgendwie insgeheim ist er noch Karate Meister nicht verraten das ist doch Geheimnis ist er unter seinem Ding das kann ich bestätigen ich hab schon mal einen von ihm bekommen ui aus Versehen und direkt Hustanfall oder was ja eher so zweiter dritter wirbel irgendwie ausgerenkt oder so war das ui aus Versehen aus Versehen ja er hatte dann noch Dreck hängen und Fett und so das wollte ich ein bisschen weg ich war zu kräftig wieder also eigentlich war ich ja nach der Schnitzeljagd war ich zu frech zu ihm und dann hat er mir eine gegeben hätte ich auch gemacht ich mir auch also ich hätte mir auch eine gegeben wollte ich nicht so gewalttätig dastehen und jetzt petzst du das einfach ja man muss doch die Wahrheit sagen harte Erziehung harte Maßnahmen finde ich gut das ist nicht umsonst wie das finde ich bei angehenden Rookies nämlich auch gut ist der Herr ein Rookie? ja er hat sich beworben bei der Academy aber dann wird er auch einmal da Maßnahmen da mitbekommen dann brauchen wir auf jeden Fall keine Angst haben vor dem Herrn natürlich nicht das ist ein anständiger Bürger ich habe auch keinen Polizisten Angst bis auf das dass er zu schnell gern mit seiner Rakete rumfährt ist er ganz harmlos also das war nicht mal mit dem Auto ja das Auto ist ganz sauber das war wahrscheinlich mit dem Lamborghini nee das war mit so einem alten BMW da bin ich mit 180 in der Stadt geblitzt worden und ich war es nicht mal 180 in der Stadt das ist lebensgefährlich das war sportlich kaum lebensgefährlich ja das das war sportlich aber ich kann sie beruhigen am Highwayfahrens grad mit 200 Blows herum von dem her sag mal Selig machst du das da richtig? also ich weiß nicht ich hörst hörst du auch schon bei dieser Frage so in den zweiten und dritten Wirbel schon wieder ein bissl zittern? natürlich Herr Morris wie alt ist denn Ihr Fahrzeug? der ist gerade das ist New Old Stock nenne ich das der ist zwar schon nicht der neueste aber ich habe ihn gerade neu erworben aber er ist eigentlich umgefahren okay irgendwie riecht es da vorne bei der Bremse komisch mhm ja so nach Bremse nach Bremsflüssigkeit ja das ist doch gut wenigstens es ist besser dass es nach Bremsflüssigkeit dass es gar nicht riecht oder? also so wie bei manchen Leute die Bremsen daherquietschen da in der Stadt da bin ich froh dass es danach riecht manche Menschen benutzen gar keine Bremse habe ich so das Gefühl weil wenn ich von Leuten höre die mit 260 gegen den Baum gekracht sind weil sie aus der Kurve geflogen sind dann hätten sie die Bremse benutzen sollen ja ja ne ne wirklich Privatperson und meine Kollegen ja die Kollegen kommen dann meistens hinterher zum stopfen das ist ganz normal also mein Chef der ist da ganz gut darin den kennen sie sicher denn von dem schleppen es viermal nein nein nicht der Unterholz Unterholz ah da ist er Unterholz hey Boris und Shido was geht jetzt hör mal ja hör mal hast du mir scheiße erzählt oder erzählen die Academy mir scheiße was ist Shido los? ja das ist erstens erstens hat mich der junge Mann Dieter Bohlen ist da direkt geantwortet hat mich nicht verstanden in meinem Termin der meinte irgendwas von Fahrsicherheitstraining und das Taxi hat das schon mal nachgefragt so ich muss mich hier mal bedanken nochmal bei Kotzi wo gibt es die Sirenen Dankeschön für 10 Euro das ist ein Custom Bag zusammengestellt von äh habe ich bekommen von Kurt und der hat es zusammen mit Hobbs gemacht also jo ist im Moment nur so bei uns und aber wie es mit dem Pack weitergeht I don't know aber es ist im Moment haben es halt so wir weil Kurt hat es mir freundschaftlich geschickt quasi ne also es ist nicht jo ähm puze danke 59 äh puze5909 könntest du bitte meinen besten Freund grüßen er hat heute Geburtstag er würde sich sehr freuen ähm ich hab keinen Namen ich hab keinen du hast mir keinen Namen dazu geschrieben ich hätte ihn sonst namentlich gegrüßt aber ich grüße den besten Freund von puze5909 dankeschön für 5 Euro und alles Gute zum Geburtstag Nobody ich satuliere vor ihnen hey alles fit schönen Abend schaut dass der Alte schaut dass der Smoky nicht mehr da ist vor dem Satulieren war schon immer lustig das war schon immer cool das ist immer so richtig schön ich auch gar keine das habe ich auch schon ein bisschen bei uns hinterher mitgelesen ähm dass die halt einfach momentan irgendwie keine Kapazitäten haben aber es wird noch ähm vom HQ aus diskutiert ob man es nicht vielleicht doch anbieten soll aber das ist noch alles in Besprechung vor es ist jetzt mal abgelehnt aber vielleicht ändert sichs dann noch na Batscher erinnert dich der Ferrari an den Wochenende oder was? wie der? warst du auch so blau am Wochenende oder was? ich äh ich äh enthalte mich da stimmt war gleich mein Alk-Tester gell? wie der? wie der? wie der? wie der heute so ein classy crown weg natürlich sexy ich muss mal ein bisschen ich geh halt mal ganz normal auf Streifen da wurde ja auch wieder der ähm Chip vom Motor oder halt vom Auto verändert richtig das muss ich ja mal das muss ich ja mal testen er soll jetzt richtig richtig gut sein so besser wie der Civic okay na ich werde es ja mal testen kannst du mal Feedback geben wie er sich dann so fährt ja 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 ich fahr da hinten nur den ekelhaften BMW der sich echt scheiße nick hat wieso fährst du denn? test den weil BMW draufsteht ne? ja genau hauptsache BMW genau ja linda hauptsache protzen genau ja ne ich versuch den ich weiß nicht da ist ein Name da drüben schon Herr Bartscher die Freiheitsberaubung können sie unterlassen gell? ne ich muss äh den Schiedl dazu zwingen dass er arbeitet er will heute irgendwie nicht arbeiten oha oha einstempeln jetzt darf ich runter stempel dich jetzt ein ich trag dich hoch und zieh dich um ja wie soll das funktionieren wenn du mich auf dem Druck hast da hinten steht ein Staatsanwalt der kann sich gleich drum kümmern genau ja kann man gleich da schnell Verhandlungen machen genau bin ich da schnell Verhandlungen oh ich glaube ich werde gleich bedient ich will es nicht verpassen ich bin glaube ich gleich fertig dann bin ich here I am on the road again Herr Banks bereiten sie sich für einen Staatsbankraupfer oder was? nein das ist meine Schweißmaske dass ich meine Augen nicht verblitze also ich finde das super die Schwarzmasken ich tue immer Schwarz daheim Schwarz? ja Schwarz tu immer daheim aber was wie Schwarz mit Gipsen und Marschall mit dem Schwarz ich daheim was ich verstehe kein Wort Gipsen und Marschall kennen sie nicht nein Gitarren ich bin kein Gitarrenmensch aber sie hören doch Musik ja schon auf jeden Fall ich habe alles mögliche ja im Rock sagt man zu Schwarz ist der Bratensound wenn man so richtig einen drauf macht einen auf 80er, 90er, 2000 mit Zerre das ist Schwarz war die Frage mit dem Batscher ja genau ob er es weiß Batscher was versteht man wenn ich sage ich tue daheim immer Schwarz mit meiner Gitarre was versteht man drum? dass du beim Gitarre spielen schweißt also schwitzt das ist so naa geh bitte das ist nicht Alter ich habe noch keine Ahnung das ist alles naa 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 wenn sie in die Academy gehen wollen dann müssen sie das wissen was Spaß nicht du kommst und reagier dich ab Morris ist ja schlimm mit dir das ist die Kraftkammer noch immer du Koffer was für Kraft gemein Kraft Raum Kraft Raum willst du die Kraft im Raum berechnen oder was? haben sie mich gerade Opa genannt was? Opa? ich habe das genau gehört also das wäre ja dafür ein Opa wäre ja noch zu jung ja aktuell noch ein Mischung oh dann fahr mach das Auto färblich von denen kommt und schick die nach Hause ha 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 der hält das schon aus naja er hat angefangen er fängt immer an und dann kriegt er was zurück und dann sagt er es reicht na na dann geht er zu meinen Kollegen jetzt beizen schon zum Unterholz jetzt macht er eine Anzeige so robert servus and gibt es das Soundbag auch schon für RLO Spiele im Discord ist noch die alte nope nope gibt es nicht ich weiß nicht was Kurt damit vor hat aber noch gibt es das nicht gut oh hoppla Richard er würde sich sehr freuen also Richard alles Gute zum Geburtstag und liebe Grüße danke aber ich finde den Crownweg einfach ikonisch und sexy da kann man sagen was man will das ist echt ein schönes Auto also das ist für mich das Polizei Auto hier genau ja das ist und an der zweite Stelle kommt bei mir dann der Explorer ja und der Charger das sind so die Klassiker war die zweite Stelle? Explorer ah ok ich habe jetzt nicht verstanden akustisch Gido würde jetzt sagen ein Supra Hi Speed Subaru erste Stelle Civic vielleicht in Japan Gido ja klar was fahren sie in Japan eigentlich für Toyota könnte ich mir gut vorstellen dass die da Toyota fahren R34 tatsächlich R34 fahren die in Japan? ja aber Stock Fahrzeuge meist das ist ein Flex mhm ja aber auch viel Toyota das stimmt was hat der 280 PS Serie oder? circa ja also das ist schon ein Flex ne R34 fahren schon geil ja ja wobei Dubai ist ja ganz mies ja eben die haben ja die Lamborghinis und Bugattis und keine Ahnung was alles ja gut aber man muss doch sagen dass es in Dubai das ist ja dort auch nur zum Spaß weil dort gibt es ja kaum Kriminalität also in Dubai ist ja die Kriminalitätsrate ja so nieder die Autos haben es wahrscheinlich als Prestige 10 David 10 David 10 David 10 David hat YouTube da etwa den Twitch Chat kopiert leider haben sie noch nicht ein paar Sachen von Twitch kopiert schlüsse leider weil ich würde es mir manchmal so wünschen dass die ähm die Mods dass die Mods umfragen und so machen können dass die Mods alles was man im Chat machen kann an Funktionen und Ding auch übernehmen können heute mach ich echt mal eine Frage warum muss das der Streamer selber machen so auf Twitch ist das geil da kannst du sagen hey machen wir eine Umfrage und die Mods können interagieren mit den Leuten die können dort ja weiß ich nicht was gibt es denn alles Subtrain und ähm Like Hype die können ja dort alles machen im Chat gefühlt es gibt so viele Möglichkeiten hier jetzt können sie wenigstens ja schon mal einen neuen Modus rein machen ist schon mal loblich so so fertig geschwarzt ich hab fertig geschwarzt ja ich lass es geschwarzt du hast fertig geschwarzt du musst dir mal einschwarzen ja hast du meinen Scheinwerfer hingemacht wo ist denn du? ja da gibt es jetzt die Politur noch eine ganz schnelle mit der Politur machen wir den Scheinwerfer wieder fix ne sicher also aber wo ist denn der Scheinwerfer kaputt wo? du hast das nicht gehört? wir sind gerade vorhin zerrissen oder? ne wetten wenn jetzt dann einsteig zu reißen das kann gut sein ja wahrscheinlich da ist der Ba BATCHAA Console One für Seven Devils Keierlich so rum Maurer ist meine Werkstatt was? jetzt bitte einmal Mischmaukopp etwa danke du kannst bei dir in PD so rumschreien aber nicht hier in meiner Werkstatt ey aah aah der Räumungsbefehl da schon da ist der Herr Anwalt ist schon da dann schauen wir mal wir haben da Verdacht auf Verdacht auf Blödheit in der Werkstatt da müssen wir mal gründlich untersuchen das spezielle Fall was? welchen denn von den Herren? wo die Blödheit herrscht wo die Blödheit herrscht also ich würd sagen von mir aus gesehen 12 Uhr aber ich glaub' das ist ein typischer Fall von Hasmamed was? ich sag das ist ein typischer Fall von Hasmamed na das ist Liebe ist das das ist eigentlich nur Liebe wir können's uns nur nicht eingestehen genau Richtig. Sonst hätten wir eben schnell ein Eilverfahren draus gemacht. Stimmt, ja. Vorher hat man hier eine Freiheitsberaubung. Das hätte eigentlich auch hier ein Schnellverfahren gebraucht. Freiheitsberaubung? Warum? Sattrick, hast du seine Haare wieder zugemacht? Was? Oh mein... Nein. Ich muss probieren. Sattrick ist Moli gestanden wie Leder. Warte, warte, warte. Warte, David. Da, bitte. Oh, hübsch. Ist das Auto fertig? Auto ist fertig, ja. Ich danke dir. Wieder einmal einpacken. Ich danke euch. Ich gebe fünf Sterne von zehn auf Google-Bewertung. Ja, hoffentlich. So muss es sein. Jawohl. Der elf von zehn, oder? Ja, Schlüssel nehme ich und ich haut einmal ab. Wir sehen uns. Ciao. Unterholz und nie aufs Dach legen. Ja, musst du gerade sagen, ne? Ich! Ander, wo du verwechselst, ist mich mit AdWords. Stimmt, ja, da war was. Komm, wenn ihr Wette abschließen würdet, als er es auf dem Dach legt, gibt er aus. Mach mal. Eigentlich ist Hobbs, der als erstes am Dach liegt. Vielleicht ist er deswegen gerade aus dem Funk gegangen. So. Oh, scheiße, ich fahre gegen die Einbahn. Ich muss da schnell raus, Geisterfahrer. So, ich packe mir mal die Hütte ein. Und dann jetzt bin ich offiziell 10-8 mit einem neuen Auto und fahre jetzt auf Streife. Ich freu mich schon. Einfach mal Crownvik fahren. Ich hab nämlich letztens die Handlings von den Autos geändert. Von vier oder fünf Autos. Und ich hab die auch schon getestet und so weiter. Aber ich werde jetzt einmal im praktischen Einsatz testen. Deswegen passt das gerade gut. Wenn ich einmal hier ein bisschen Civic Action, sage ich, ein bisschen Crownvik Action mache. Das kommt mir ganz gut. Ich wollte sowieso auch mal ganz normal Streifendienste fahren. Mich ein bisschen unter die Bürger mischen. Ein bisschen kontrollieren. Ein bisschen Kennzeichen prüfen. Ein bisschen anhalten. Ein bisschen dies. Wenn jemand blöd wird, verfolgen wir ihn halt. Wenn jemand lieb ist, geben wir einen Donut. Oh, ich hab keinen Donut. Na, wir machen einfach feinste Polizeiarbeit. Wie ein echter Polizist das machen würde. Und wenn euch das gefällt, Freunde, dann schauen Sie sich bitte diesen Herrn hier an. Dieser Herr ist ein großer Fan von mir. Lassen Sie ein Like da. Das ist wichtig. Alter, holy shit, Freunde. Dieses, ähm, so viel war an dieser Tankstelle, glaube ich, auch noch nie los. Stimmt, ich muss noch schauen, ob der Wagen extra satt. Die extra Würstel. Die werde ich mir gleich einmal besorgen. Der hat sicher extra Würstel. 100 Pro. Na, Gott sei Dank ist der Herr Winkler heute nicht im Dienst, oder? Boah, der hat sogar sau viele Extras. Wir einflussen eigentlich die Extras des Tankvolumen. Er hat keine Lightbar, sehe ich gerade. Oder? Nee. Okay, er hat keine Lightbar. Aber das stört mich nicht. Ich habe den halt genommen, weil er mir empfohlen wurde. Wurscht. Aber er hat sowas. Die Frage ist nur, beeinflussen Extras den Tank? Da gab es mal so ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass Extras den Tank beeinflussen. Aber wir werden es nochmal schauen. Wenn nicht, dann muss ich sie runter tun, weil... Ja. Smart bleiben. Energiekosten sparen. Maximilian Lai. Matze, Matze, hol Homeland. Matze holt heute ein Werkzeugkoffer. Matze, einfach Ehrenmann. Kuss geht raus an den Bray, wenn er den Stream nachschaut. Grüße und Kuss geht raus an dich, Matze. Matze, wir lieben dich. Matze, ich mache mal eine Patrouille um den Hauptplatz. Schau mal, ich fahre mal hier so im Achter Schlängelei. Okay, die Pizzeria hat Oaseinsatz. Ja. Haben die heute wieder... Der Crownweg ist abnormal. Hat er den gestern kaum wegbekommen. Bin da auf viele Kurven gefahren. Das ist krass gewesen. Ja, deswegen teste ich ihn, weil ich habe nämlich das Handling gemacht für dieses Auto. Und ich habe ihn noch nie im praktischen Gebrauch getestet. Wenn er zu heftig ist, muss ich ihn eh wieder zurückbatchen. Aber es ist für mich eine gute Möglichkeit, mal den zu fahren. Und selber mal hier ein bisschen zu testen. Ich glaube, ich gehe mal auf Undercover. Ich gehe mal, glaube ich, Kennzeichen oder so. Ich mache jetzt den Sneaky rein. Ich stelle meinen Karren jetzt da hin. Oder darf ich ihn parken? Ich brauche jetzt irgendwo eine Position, wo ich das Sneaky Kennzeichen lesen kann. Oh, ey, mein Gott. Ich will nämlich nicht der Obvious auf Cap. Vielleicht da hinten im Busch oder so. Kann ich hier was im Busch sehen? Schisch! Ja, ich sehe sehr viel. Sieht mal hier was? Ach Gott, die Kante. Ich muss hier weg. Ich bin nicht da. Ach, mein Gott. Ich probiere mal Trick 17. Ich gehe mal auf die andere Straßenseite. Warte mal hier auf verdeckte Ermittler. Hier, warte mal. Hier sehe ich schon Kennzeichen. Unbewacht. Wo ist es mir? Ja, klar. Jetzt ist genau diese Parkur da in der WM. Alter, ich und verdeckte Ermittler. Also, jetzt weiß ich, warum ich nicht Detektiv geworden bin. Ich nehme mich hier auf die Verkehrspolitik. Nur einfach auf Verkehrspolitik. Schau, da stehen lauter so. Das wird mir zu dumm. Das wird mir einfach zu doof. Wir lassen das. Ich habe den Streamer-Mode vergessen. Ich habe den ganz am Anfang eingegeben. Streamer-Mode. Ich habe den Streamer-Modus eingegeben. Dankeschön. Ich bin mir voll verschissen. Machen wir mal mein Radar an Power. Same hatte ich, glaube ich, immer. Ich fahre jetzt einfach mal Streife. Hauptplatz ist gerade nichts. So, die Bohne los. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen die City abfahren. Und mal schauen. Nach Recht und Ordnung. Ist irgendein, stimmt, ich muss nochmal. Ist irgendein Dispatch oder so offen? Kein Dispatch offen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Mein Kennzeichen steht für 9, 13. Für Vett steht für Veteran. Definitiv. Ich bin schon alter Veteran. Blitzen tut er jetzt halt erst ab 100. 130 blitzt er jetzt. Ich mache einfach mal rein. Warte mal, ich muss dann, ich muss den, äh, Toggle. Äh, wo war denn das nochmal schnell? Ich weiß. Ne, das war es nicht. Äh, Menu. So. Ich muss da nämlich auf 80 stellen, dass er auch lasert. Patrol Speed. 80. 80. Weil wir machen 85, so bin ich nicht. 85. 85. Jetzt misst er nämlich schon auf 50. Ab, ah, 85. Das ist nämlich schon mal ziemlich, das ist nämlich schon mal ziemlich nützlich. Mach ich mal. Jetzt bin ich wieder voll da, weil in der Werkstatt hat es mich genervt. Jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal da den, äh, Funk. Kannst du eine Lightbar dran machen? Der hat keine Lightbar. Das ist ein Modell, was keine hat. Deswegen nehme ich ihn so, wie er ist. Wenn es eine Lightbar geben würde, würde ich sie auch dran bauen. Ah. Wenn es eine Lightbar geben würde, würde ich sie dran bauen. Aber für dieses Modell, da gibt es sie nicht. Wir haben, glaube ich, weiß ich nicht, 15,10, äh, Crown Wigs. Und wenn es sie geben würde, würde ich sie eh dran machen. Aber das spezielle Modell, da, dieser, hat sie nicht. Auch wurscht. Weil der eigentlich ein Anmarkt sein soll. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Special Edition, dass der überhaupt Markt ist. Aber die Kollegen haben gesagt, ich soll den einmal Test fahren und ich soll den mal machen. Weil ich habe für den nämlich die Handlings gemacht. Oder für ein paar Autos. Und die Kollegen meinten, der ist, der ist geisteskrank. Deswegen werde ich den heute mal testen. Im praktischen Nutzen. Und dann kann ich ihn noch besser anpassen. Ocean's is a safe zone. Vielleicht. Da ist auch immer so ein guter Tipp, wenn man so ein paar 107er, ne, da findet, wenn sie hier rumrasen. Ein guter Tipp. Alles noch ruhig in der Stadt. Alles noch ruhig. Das kann sich von der einen auf die andere Sekunde nämlich ändern, ne. Stimmt. Wie sieht das eigentlich mit meinen Essensvorräten aus? Das ist immer eine wichtige und richtige Frage, die man sich stellen soll. Fünf Donuts, chick. Ich bin quasi pleite. Leute. Ich muss... Wir machen nochmal eine... Ach, da vorne ist auch ein Burger. Gelbfisch ist sauber. Stimmt. Zum Dealer könnte man auch mal fahren. Im Ocean jemanden verhaften ist eine safe zone. Also nein. Außer es ist ein Straftäter, der dort festgenommen werden sollte, weil er halt einen Unfall hatte. Ja, aber auch nur mit Genehmigung. Aber sonst nö. Ich fahre zu Meckes. Man kann Slash-Leitbar machen und einbauen über Zivi-Autos. Ja, das stimmt schon. Aber da kannst du, glaube ich, keine große Leitbar drauf machen. Mir ist es ehrlich gesagt lieb und recht, wenn ich den Wagen so fahre, wie er dafür hat. Einmal... Es ist eh nur zum Testen. Vielleicht kaufe ich mir dann später eh noch einen anderen. Aber ich nehme den jetzt einfach mal so, wie er ist und teste ihn mal. Mich stört das gerade nicht so. Wer erleichtert ist, so auch wie ein Weihnachtsbaum. Mit Leitbar sieht er besser aus und ikonischer. Gebe ich euch voll recht, aber... Im Moment reicht's. So. Ich mich mal hier... Ich gehe zur Konkurrenz. Ich gehe nicht zu Meckes. Ich gehe zu Clark King Bell. Ich habe gerade in die Football getreten. Warum machst du das? Morris, just why? Hier, Kaffee. Wie viel Kaffee habe ich? Ich will mich nämlich voll machen da mit der Bude. Wir können auch noch schauen, ob wir noch Pizza brauchen oder so. Die Pizzeria scheint offen zu haben, wenn sie nicht gerade den Ultra-Stress ihres Lebens haben. Chicken Nuggets hat man, glaube ich, noch eine Schachtel, ne? Volle Pommes. Alter, das ist ein Einkauf bei Meckes. So viel Meckes esse ich... ...in zehn Jahren in real. For real. So viel Meckes esse ich... ...Maffeein? So, ähm... Was war denn jetzt? Also Pommes, da bin ich voll. Okay, habe ich alles. So. Informativ an die Account-Einheiten. Ich habe gerade eine Person im We-Job was einkauft. Kauf dir mal gerade im We-Job ein. Den vor. So. Wo wollte ich denn jetzt nochmal hin? Ah, ja, stimmt. Zum illegalen Dealer. Da vorne. Der ist jetzt schnell da vorne. Front. Away. Oh, ja. 89. Oh, nee. Oh, oh. Herr Black. Herr Black. Herr Black und seine Rakete, ne? Ja. War ich zu schnell mit meiner Rakete? 89. Im 80er. Hauptsache, ich habe dann einmal nicht mehr Tempomat. Ja. Wissen Sie was? Ich drücke ein Auge zu, aber achten Sie bitte. Und nutzen Sie ein Tempomat, gell? Ja, alles klar. Gut. Passt. Schön, danke. Ciao. Ciao. Auf 89 blitzen, ist es eigentlich lustig. Wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt am Highway eingestellt hätte, würde das Ding die ganze Zeit durchdrehen. So, dann fahren wir mal zum, dann fahren wir mal zum illegalen Dealer. Ich bin falsch gefahren, ich Idiot. Ich hätte auf den Highway da unten gehört. Ah, ich hätte auf den Highway da gehört. Okay. Dann nehme ich den, den langsameren, umständlicheren Weg. Aber ist auch wurscht. So kann ich zumindest mehr von der Gegend betrachten. Könnte auch, ich hätte auch Mirror Park gleich hochfahren können und dort mal schauen, was hier so abgeht. Muss einfach alles hier an Gebiet, muss man mitnehmen. Da gehöre ich jetzt rauf. Da bin ich nämlich richtig, wenn ich hier hoch fahre. Oh, Baustelle. An so einer Scheiße habe ich mich schon mal überschlagen, ne? Dinger sind so fies. In echt könnte man mit so einem Groundwick eigentlich so richtig geil auf Offroad fahren, ne? Dinger können gefühlt alles. Das ist so ein, das Auto ist so ein Multitalent. Halt für alle Sachen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch gerade als Polizeiauto verwendet. Aber was ist für euch das, ich nenne jetzt wirklich Betonung auf das Auto, das Polizeiauto in Amerika? Was ist für euch, wenn ihr an ein Polizeiauto denkt in Amerika? Was ist für euch das so, das, das... Das Vorbild? Stattdienstlos zu sein. Flora, Charger, Mustang... Mustang? Okay. Charger? Die meisten schreiben Charger rein. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber die waren, glaube ich, gleich schnell. Ja, die waren auf jeden Fall auch zu schnell. Der Charger. Okay. Ich sehe schon, also wenn ich jetzt... Ja, den Audi habe ich aufgemessen und den anderen habe ich nicht gehört. Wenn ich jetzt davon rausgehen müsste, von der Umfrage, ist es eindeutig der Charger. Also für mich persönlich, muss ich ehrlich sagen, für mich ist es auch der Crown Vic oder der Charger. So. Crown Vic, Charger und Explorer. Alle drei. Aber am ikonischsten finde ich tatsächlich sogar den, den Crown Vic irgendwie. Weiß nicht. Crown Vic ist halt einfach irgendwie das. Aber heutzutage ist es der Charger, glaube ich. Und da habe ich mitunter der meistgelaufte... Die da ist sauber. Ah, hier. Charger können wir auch fahren einmal, klar. Aber heute habe ich mal so Bock auf Crown Vic. Heute musste mal Crown Vic sein. Einfach so. Ich probiere den jetzt einmal ein bisschen hier. Hier ist hier niemand. Ich probiere den gerade einmal ein bisschen treten. Der Platz ist wirklich stark, Alter. Oh, die Karotte. Der drückt ganz schön rein, Freunde. Der drückt richtig rein. Mies an den Kurven. Okay, der heißt Wild. Holy shit. Okay. Mit dem kann man anscheinend sogar Highspeed-Verfolgung hin machen. Also mit dem könnte ich ein Sportwagen hinten dranbleiben. Dann habe ich den doch ein bisschen zu wild geworden. Aber ich werde ihn nochmal testen. Vielleicht komme ich irgendwo mal in eine Verfolgungsjagd oder so. 3-5 in Nähe, rotes Prakos. 10-20. Also irgendwas los? Mit dem Wort vom Kennzeichen. T-C. Also Theodor, Cäsar, Leerzeichen. 3-5. Den Becker angemeldet. Halt den mal hin. Wir kommen gleich vorbei. Ja, 10-4. 10-20 kommst. Da komme ich auch noch mit. Brauchst du Unterstützung? Ohne Blaulicht 200 in der Stadt. Ja, wir schauen uns, was wir kurz sehen. Wurde vor. Eine Staatsbank oder Schießerei, man weiß nie, was kommt, Freunde. Man weiß es nie. Ja, 1 Kilometer. Man geht da rein und schielt einfach mal seine Base und dann wird man überrascht. Das ist das Schöne, oder schielt euch am Kopf da sein. Ich komme da einfach mal dazu. Mal schauen, was hier passiert. Ich glaube, da auf der Gegenverbahn steht ein Spieler. War das gerade Darren? Wäre Darren nicht ein Audi? Welche Kollegen sind da gerade dem Zivilen entgegengekommen? Ich? Lawiner, du. 101. Der Einsatz? Ja. Lass dich zählen, fast. Geht denn hier ab? Ich stehe einfach mal gegen die Fahrtrichtung, falls er umdrehen will. Taktisch sehr klug. Auf 3.0 Dankeschön, lieber Pinky, für 5 Euro. Auf 3.0 braucht das PD auch einen i3, wie im echten LA. BMW i3. Einen i3. BMW i3. BMW i3. Doch hässlich. Also, no disrespect an den, aber ich finde den einfach nicht schön. Den i3, den finde ich aber so schrecklich. Weiß nicht. Also, den finde ich gar nicht schön. Findet denn jemand aus dem Chat? Schön? Also, den i3. Der i8 so, den finde ich ja noch geil. Aber das i3, dieses kleine, also da finde ich ja einen VW-Up noch. Also, das ist ja noch wunderschön dagegen. Der i3, nein. Was denn, dann ist der eh schon so schierkend, dann ist er doch Elektrauner. Das ist wirklich... Er mag praktisch sein, ja, maybe, aber schön ist es was anderes. Haben die Kollegen jetzt weiter oder was? Weiß gerade nicht, was hier passiert. Teuer und klein. Über ne Sperrlinie. Sie waren lange nicht mehr im Stadte und wollten das Taxi jetzt verkaufen. Richtig, genau. Ah, okay. Ähm, war ein Gebrauchtwagenhändler oder wo? Ja, ja, genau. T-5, 10-7-6, Mission Road. Okay. Ähm, Sie haben jetzt mit dem Taxi keine Jobs oder so angenommen, haben niemanden irgendwie um Kutscheid für Geld? Ne, überhaupt nicht. Okay. Ähm, warten wir mal kurz. 11-6, 10-7, 10-10. Ich war angestellt, ja, genau. Okay, alles gut. Hey. Hi. weil das ding ist der im taxi rum das wollte er gerade verkaufen ist jetzt die frage ob du das brauchst oder ob er das einfach beim üblichen händler verkaufen soll ein weißes tc 35 und deswegen bin ich auch angefahren weil ich mir dachte es ist ja keiner vom taxi entnehmen da außer du er muss es zurückgeben solche mal hoch zum taxi stand schicken oder ihn begleiten okay dann begleiten die hoch perfekt dann bis gleich so leute folgendes ich habe mit box telefoniert einer der beim taxi stand wirklich arbeitet ja der hier war ehemaliger angestellter und wollte das jetzt beim üblichen verkäufer verkaufen beim geruchtwagen händler taxi das taxi person hat aber gesagt dass die das taxi wieder zurück haben wollen und sogar brauchen das heißt wenn du willst kannst du helfen beim eskortieren zum taxi stand wird das machen ja perfekt und bringen hoch dann sag mal der mir noch kurz auf genau perfekt so becker folgendes ich habe mit einem mitarbeiter vom taxi stand telefoniert die würden der daniel zu daniel die folgen werden hochgeladen sind alle an ach schatz jetzt schon geantwortet danke habe sogar gelesen anu bis auf die nächsten zwölf monate ach wie geht es dir ich freue mich sie fand voraus gehe ich weine nach so wir werden denn jetzt begleiten zum taxi stand weil die firma den wieder zurück haben will dass er ihnen jetzt so verkaufen geht wird genau tempomat 80 anubis dankeschön für zehn euro ich hoffe dass es dir gut geht und ich freue mich wenn man sich dann wieder aktiv auf rno sieht du fehlst der marschall verstärker fehlt so schön nicht aber lustig wäre es denn in den i8 gibt es in echt auch in l.a. wäre das high speed ganz cool ich weiß nicht ob der so viel sinn macht das ist ein hybrid weiß nicht der i8 in real so schnell so also ich weiß nicht wie schnell der max geht beschleunigung ist das sicher sehr sehr gut aber der endgeschwindigkeit habe ich ja gar keine ahnung was der fährt so ein bisschen schlangenlinien da vorne her Warte mal. Hoppala, nicht reinfahren. Du Arsch, Mann. Was machst du denn aus? P1, Mann. Gibt's Handschiss. Gibt's Handschiss. Hast du Snafe nicht zurückgegeben gehabt, oder was? Ne, ich wurde gekündigt, anscheinend. Als ich länger nicht im Start war und jetzt wollte ich das verkaufen gehen. Ich hab das gar nicht abgeklärt gehabt. Den Job hast du auch nicht mehr, oder? Ne, ne. Hast du einen Vertrag? Muss ich gucken. Ne, gerade nicht dabei. Okay, dann skipp dir einmal. Mhm. Ich skipp dir. Dann mach das einmal, dann überschreib mir das mal bitte. Man wird sehen, was auf 3.0 alles kommt, Pinky. Man wird's sehen. Mal... 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 vielleicht von damals hattest du das taxi weiß von ihr sie finde ich hatte gerade eben umlackiert gehabt okay 250 fährt ein real der i8 ja und wo wolltest du das verkaufen eigentlich zu wissen kommen am besten immer wegen sowas einfach hier ja ich das match oder sonst was 50 ist halt überhaupt nicht ja es ist aber es ist immer am besten wenn du da gab irgendwo gearbeitet hast und dann fahrzeug erst dahin zu fahren und dann auch das zurückzugeben was du von denen hast du jetzt halt hast du es glaube ich nicht das hatte ja unser chef bezahlt genau sicher sicher okay dann danke danke und schönen tag noch wieder schauen tschüssi viel zu busy der herr unternehmens ah ja der tut nur so patita polen so kaffee für tiger trinkst du eigentlich welchen daniel lieber da danke lieber daniel drei euro ich bin kein kaffee trinker springt mich schon wieder auf das auto alter ich bin gar kein kaffee trinker ab und zu mal wenn meine freundin sich einen macht trinke ich an miet aber das ist ganz 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 selten und wenn ich ihn trinkt dann trinke ich ihn ohne irgendwas komplett schwarz also ja tut die komplett am besten am liebsten trinke ich ihn dann kalt und schwarz ohne irgendwas ganz witzig aber ja sonst trinke ich gar keinen kaffee ich trinke wirklich nur wasser also was das trinken angeht habe ich mich wirklich schon sehr sehr oder ein homelander sind oder was wollte mich da gerade jemand erschrecken oder wie das für geglicher versuchter gewesen gerade ja ja kalt kaffee kalt ist mega glaubst du mir das kalter kaffee schmeckt richtig geil jeder der da drin sitzt wahrscheinlich mag eiskaffee ist auch kalter kaffee bier ab hier mit bier kannst nicht jagen das mal gar nicht allgemein alkohol also mit alkohol kannst mich jagen wie so kalt es lecker ist und wenn man halt schön trinken kann ich mag halt irgendwie so kleine kleine test jetzt nicht einen doppelten oder so ganz klein und das kann man dann so gemütlich trinken bin ich so gut kaffee einfach so naturbelassen und und abgekühlt finde ich am geilsten weil dann ist nicht so dieses dieses ja liebe verbrennen gefühl so wusste dann richtig runter brennt die lunte das persönliche präferenz fragt mich nicht um kaffee tipps wie gesagt ich trinke keinen kaffee und ich bin kein kaffee experte und ich habe den ganzen eigenen ganzen eigenen geschmack ich schau mal welche kollege das da ist egal wo er jetzt hinfährt ich mache in die lücke zu nick brote war ein antel hoffe es geht ihr gut hier eine kleine spende für dich oder den server und der fährt viel zu schnell da raus ist genau das gutes zum essen kohlen oder was er muss muss naja stärkung verdienst na ja ja schönen dienst ich habe nicht reagiert und mit dem crowd wie kast wenigstens chance gegen den bagani man merkt dass das dass ich die handlings gemacht habe für beide autos also der der crown weg fährt sich ähnlich wie der pagani nur nur langsamer er ist nicht ganz so schnell aber er ist geil in kurven lang geisteskrank ich habe mal bei uns gab es damals in im studium gab es kaffee automaten und dort habe ich mir ab und zu mal da gab es ein kaffee der hieß ich mein automaten kaffee brauchen wir nicht diskutieren freunde das ist ja nicht das goldene aber da gab es den vanille cappuccino ist ja der hat wirklich so nach der war halt piksüß und automaten kaffee halt und da hat so eine vanillenote drin der hat mega das hat das war wahrscheinlich nicht mehr kaffee weil für mich ist kaffee so kaffee ist für mich bitter so aber nicht aber nicht also der war wirklich schön extrem süß sondern nicht dieses normal süß sondern wirklich schön extrem süß aber hat nach vanille geschmeckt das war eigentlich wie ein heiß gemachter eis kaffee vielleicht fährt er haben wir glück mit dem kettchen fuck you ak ist das nicht weisel ich stehe es zu bier mag ich gar nicht allgemein zu alkohol finger weg nicht ist nicht gesund und schmecken tut es mir auch nicht also wenn ich mal was trink dann ist es wirklich irgendwie so ein achtel rotwein oder so oder ein achtel wein das ist noch eher so meins oder halt so wodka mischgetränke also das vertrage ich auch noch gut aber bier sekt und das ganze allgemein alkohol trinkt gar nichts ja wer fährt aus einzelbesatzung ich ich fahr aus einzelbesatzung ich mag halt auch nicht so viel kohlensäure diese mischung aus diesen bitter plus die kohlensäure plus eiskalt ja alles klar perfekt dann bin ich auch und ich werde vom bier extrem müde also wenn ich schlafen will trinke ich sekt und bier dann ja aber selbst das ist nicht so geil wie beste schlafdroge ist noch immer in seiner freundin einschlafen das geilste oder halt neben seinem freund oder freundin halt neben seinem partner oder partnerin das ist noch immer das schönste einschlafen fackt das ist hier vorne brauche ich meine brenzlige situation wo jemand zu schnell ist magst du energy nur wenn es sein muss nur wenn es sein muss also vom geschmack her ja aber von der gesundheit her nö ach 86 ich halte jetzt meinen eigenen kollegen wie schnell fahren wir denn herr kollege 86 da schon wieder 86 aber herr kollege es wäre nicht das erste mal chat dass ich höre dass ich komisch bin aber ich lebe damit sehr gut ich lebe damit sehr gut ich weiß ich bin nicht so wie viele andere aber mich stört das nicht ich tue ja niemandem was damit außer dass ich der wirtschaft schade und der alkoholindustrie mich machen sie keinen umsatz so da ist darin warum steht hier am hauptplatz warum steht da am hauptplatz s s i sh moin darin moin was machst du schon mit dem sachen hier ich kontrolliere was es ist da für ein kennzeichen ist so was machst du Guck nicht. Das ist die Abschnitten unten. Gips. Mark Leroy Gips. Jo. Kennt man. Aha. Ja, ja. So, finden Sie, das ist alles legitim so, Detective Morris? Was? Detective. Würde ich dich voll fühlen, sag ich dir ehrlich, ne? Ich. Niemals. Warum? Das Auto kenne ich. Ich würde das voll fühlen. Ja, das kenne ich auch. Das habe ich gerade angehalten. Ach komm jetzt. Ab in die Wildnis. Das ist gar nicht wahr. Eigentlich gehört es in die Savanne. Eleven David für alle verfügbaren David-Einheiten bitte einmal in Mission Row einfinden. Meinst du bei Leopard und so? Das heißt Miau. Miau? Miau. Leopard macht Miau. Ja. Oh, okay. Du weißt, als wenn ich dich zerreiße. Ja. Das macht mir Angst. Wir müssen los. Ich glaube auch, ja. Mit einem blau-schwarzen Chiron-Kennzeichen. Na gut, ne? Na, passt. Dann komm bald zu den Detectives. Ich freue mich auf dich. Ich komme auf jeden Fall nur zu den Detectives, wenn ich einen Anmarkt-Mustern kriege. Ohne Leitbaus, ohne nichts. Breitbau. Warte mal, da hinten habe ich einen Kollegen. Schau mal, da hinten der Chiron oder der Erkert nie. Direkt anhalten. Ich denke jetzt für die Main. Und die 18, 10, 19 und der 10, 19 und der 10, 19, 70. Das ist ein Witz. Wolligen 50 in Verkehrsanhaltung bei 70.03 mit einem blauen Bugatti. Die Kennzeichen for you, babe. 4.6 mit 10.86 beim Gebrauch von Ende auf dem Parkplatz mit dem Kennzeichen in Ursula. For you, babe. Hatte ich jetzt überlassen, Lille, jetzt mit Wazel. Hat man die nicht gerade? Ja, die war gerade im Lappo. Wie viel hat sie gehabt? Bei mir war es 100. Wie viel? 100 kmh. Frau McWazel, machen Sie mal bitte den Motor aus. Ja. Und die Fensterscheibe, die dürfen Sie mal auch ausmachen. Guten Tag. Guten Tag. Bräuchte mal bitte den Führerschein und die gültigen Papiere für dieses Fahrzeug. Ja, aber natürlich. Moment. Das war knapp vom Führerscheinentzug, ne? Bitte schön. Und die Papiere hängen hinten dran. Ja, danke schön. So. Gut. Gecheckt habe ich es ja schon weit, schon. Grund der Anhaltung ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Das ist halt ein Auto, das tippt man an und man ist halt ein bisschen schneller. Das tippt man auch an und fährt einen Pfosten ab und dreht in der Kreuzung einfach mal richtig durch. Ich habe keinen Pfosten berührt. Ähm, okay. Nee, also bei mir war alles clean. Okay, ja, weil bei mir sind sie da raus, gedriftet aus der Einfahrt und dann direkt in den Pfosten rein und komplett durch runter. Und mit 150 habe ich sie dann geblitzt. Äh, 150? Ja. Obwohl ich ein 100er Tempomat drin habe. Ich hatte wirklich 149 auf dem Ding drauf, ja? Ich habe den ganzen Tag schon 100er Tempomat drin, weil ihr nur blitzt und rauszieht. Das waren wirklich 149. Ja, ja, ich glaube nicht. Ja, ja. Ja, aber ich habe wirklich nichts ungeräumt bei mir, also. Okay, ja. Das haben dann wohl nur mein Kollege und ich gesehen. Ist jetzt auch... Mir geht es um das Tempo mehr, weil damit gefährden sie eigentlich die Leute, gell? Ja. 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 So. Na gut. Dann stelle ich ihnen ein Ticket aus. Nichts, es wird sich daran nichts ändern, ne? Mhm. Und, ja. Judy. Sie sind auch schon vorhin mit 100 angehalten worden, ne? Ja. Ich bin heute schon androhend wegen Kleinigkeiten angehalten. Ich wurde auch schon, weil ich 2 kmh schneller war, dran angehalten. Bei 2 kmh sind wir nicht, aber... Ja, doch schon. Ich wurde auch schon mit 2 kmh mehr heute. Ja. Die David & Hyden sind auf 1.07 erreichbar. Ihr seid sehr motiviert derzeit. Und das ist ganz nett ausgerechnet. Ja, ich bin... Klarlich auch direkt hier. So. Passt. Dankeschön. Dann können wir uns weiterfahren. Langsamer, bitte. Ich bin schon anscheinend noch wieder. Die Davids werden an der Schneiderei gegenüber vom PC eine Übung machen. Grüe! Schönen Abend! Ebenfalls! Man plate wieder rein, Alter. So, jetzt ist die Anzeige. Die Anzeige hierfür. Was macht denn der Truck da vorne? Na, hör mal! Staatsbank oben mal ab. Ne, ich fahr gar nicht zur Staatsbank. Ich fahr mal zu den Mechaniker wieder. Oder ich fahr mal Richtung 107 Gelände. Kartellgelände ist nämlich schon County. Hier noch was für dich, weil du einfach einer der besten Streamer bist, die ich kenne und du es verdient hast. Alter, Nick Brode, Dankeschön für 30 Euro. Das ist LAPD für das US-Marschuss-Service. Come in. LAPD hört. Herzlichen Dank. Ja, informativ folgende Schüsse am Tomatenfeld. Negativ Schuss-Training. Hin, vor. Ich geb auch dann wieder Bescheid, wenn wir wieder freigeben. Schüsse am Tomatenfeld, Lincoln 15 responding. Danke. Wer jetzt dorthin fährt, zum Tomatenfeld einen Panic drückt, der kriegt einen Kaffee. Das ist an der Woodshop. Oh, Shot feiert im Punkt. Na, Shot feiert wir ihn grad nur auf dem Tomatenfeld. Dankeschön, lieber Nick. Danke, danke, danke. Ähm, Nobody, ich hab Bier gehört. Gerne, bin dabei. Ja, du. Nobody, du bist ein ganz anderes Kaliber, ey. Du bist ja ganz wild unterwegs. So wie ich das immer mitkrieg. Bist einfach Mr. Nobody. Welcher Film war das nochmal mit Mr. Nobody? Da gab's ja mal diesen einen Agenten da. War das nicht James Bond? Oder bin ich einfach gerade lost? Mit Mr. Nobody. Jaja, so ist das. Ja, im Moment ist es gerade noch sehr, sehr ruhig. Ich könnte auch einmal ins, ins, ins County verlegen. Ich schau mal, wie viele Einheiten gerade überhaupt im County sind. Im Moment ist einer. Mr. Nobody war fast and furious. Ah! Danke, Chat. Meine Lieblings, meine Lieblingsbeschäftigung als LAPD Officer ist tatsächlich tanken gehen. Was wir auch mal machen könnten. Was wir auch mal machen könnten. Richtung Hafen werde ich jetzt einmal fahren. Dort Richtung Truckerjob und so. Dieses Gebiet werde ich jetzt einmal abrattern. Weil das hatte ich heute noch nicht. Wir sind nämlich da schon überall gefahren. Autohaus sind wir auch noch nicht runtergefahren. Sehr, sehr, sehr gut. Da fahre ich auch. Da fahre ich jetzt mal hin. Plötzlich war nichts mehr. Da habe ich meine Anzeige da oben dicht gemacht. Allein für den Tachometer da, also für das Lasergerät, bräuchte ich schon einen eigenen Monitor. Krieg den nirgends wohin, wo er mich nicht irgendwo im Sichtfeld stört. Der wird dann jetzt noch mal informativ. Wir beginnen mit der Einsatzübung. Wir melden uns, sobald ihr wieder die Schneiderei betreten könnt gegenüber dem Bidi. Victor 10, informativ. Wir brauchen mal eine Einheit an der Grenze. Mal laufen, West High Rail. Auf jeden Fall, das sind wir. Was ist da? Zwei Personen, die weigern sich, die Maskierung abzunehmen. Ein Fahrzeug? Also ich finde das super. Ich schließe nicht schnell. No Rainer glaube ich oder so. Klinge zu, die Addison Sandy hat aber 6 Kilometer. Die anrückenden Einheiten ab jetzt einfach 5,5 und 6 kommen. Das war's. Ich wäre 4 Kilometer entfernt. Sind es Starteinheiten erwünscht oder sollen sie auf KMT spezialisieren? Was machen wir dann? Den vor. Fangen wir mal mit an. Leute, die weigern sich ihre Maskierung abzunehmen. 1. 2. 2. 2. 3. 5. 4. 1. 4. 5. 5. 5. 6. 5. Sämtliche Schüsse, die jetzt wieder am Normatenfeld sind positiv. Ah, noch negativ, wurden Waffe gewechselt. Entfernt. Vorschafter, U-BN hat zugelassen. Entfernt, danke schön. Ein Kilometer. Da mal die Frage, jetzt kann man die Responden. Hallo. Grüß Sie. Ah, die machen Grenzkontrolle mit den Lukas. Guten und guten Tag. So, die Herren, also, die Maskierung wird jetzt einmal bitte vollständig abgenommen. Wir sind in einer Amtshandlung, auch im Fahrzeug muss die abgenommen werden. Schau mal, wir haben gerade die Maske abgenommen. Die bleibt abgezogen. Frag mal deinen Kollegen mit Rücken vorne. Wenn du wegläufst und nicht hinguckst... Die Maskierung bleibt abgezogen. Ansonsten, komm mal und wir nehmen sie fest. Komm, komm mal. Zeig aus, ey. Kriegst du mir manchmal noch hinten den Knoten auf? Ja, mach mir mal den Knoten auf hinten. Der hört sich an wie Eckart, oder? Ist das Gotti? Perfekt. Guck, aber was machst du auch noch? Kann die Prinzessin heute Abend wieder sich hübsch freuen, ne? Pack die M4 weg, Mann. Was ist die Bemerkung, dann? Können wir einmal die Maske abnehmen, bitte? Wo bist du denn bei einem Knoten, Mann? Hast du noch nicht? Na, kann nicht. Pass mal auf. Weitere Jum. Das ist okay, Mann. Sehr schön. Ruki, jetzt habt ihr die durchsucht? Äh, nach den Kollegen sind die durchgesucht. Fahrzeug aber darum noch nicht. Dann das Fahrzeug noch durchsuchen. Ich weiß nicht, was in der Kache drin ist noch. Also ich finde es super. Ich weiß es auch nicht mal. Ich weiß es auch nicht mal. Hallo King14. Hallo King14. Hallo King14. Ah, das ist da. Okay. Dann dürfen sie jetzt weiterfahren. Ja, jetzt müssen wir mal hier die Straßen fremachen. Ja, ich danke euch. Gerne. Ja. Nagerbänder. Das auswärts kann nicht immer werden. Ha, 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 ha. Alles klar, perfekt. Deinen entspannten Abend noch in ruhigen Dienst, ne? Herr Kollege, was ist denn mit Ihnen los? Ich wurde angefangen. Oje, oje. Hier? Ja. Auch unseren Arzt? Habe ich auch schon. Es gibt. Ich fahre wieder in die Stadt. Ich kann sie sonst ins Ocean mitnehmen. Ich weiß nicht, es geht mittlerweile wieder nicht. Na. Nehmen Sie nicht den Helden. Dann fahren Sie mit mir. Ich bring sie wieder her dann. Fahr mit. Das ist ja eh beendet hier. Passt dann. Passt dann. Passt dann. Gesundheit geht trotzdem vor. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Ich bring's rein. Ich schreie, weil ich immer sicher gehen will. Wie ist Ihr Name? John Stiles. Ah, ich bin dann gern. Dankeschön. Bitte. John Stiles? Ja. Und wie lange sind Sie jetzt beim LAPD? Seit letzten Samstag. Und gefällt es Ihnen? Ja. Das macht viel Spaß, ja. Bis auf das, dass Sie gerade angefahren worden sind. Aber ich sag Ihnen, das ist normal in dem Job. Sie müssen sehr, sehr aufpassen hier bei dem Beruf. Ja, ich merk schon. Das ist ein gefährlicher Beruf. Vor allem immer an solche Leute, wie die mit dem Cowboy-Hoot da haben. Das stimmt. Sie können mir glauben. Sie können mir glauben, diese zwei Herren da in Cowboy-Hoot sind keine ungewaschenen Blättern. Achso. Mit denen wollen Sie nur zu tun haben, wenn es hart auf hart kommt. Glauben Sie mir. Okay. Gut zu wissen. Es geht nicht nur um die zwei Herren allgemein. Sie sind als Polizist hier sehr eine Zielscheibe im Start, sagen wir mal so. Sie müssen immer aufpassen, was vor, hinter und neben Ihnen passiert. Ober und unter Ihnen. Egal wo. Dafür gibt es ja die Ausbildung. Richtig. Aber wirklich lernen und Erfahrung sammeln tun Sie dann in der Realität. Wenn Sie mal wirklich nicht auf Attrappen schießen, sondern wirklich auf Leute. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber die Academy bildet Sie dafür schon mal richtig gut aus. Das ist eine gute Sache dort. Ja. Es wird zwar zwar viel Theorie aber... Ist auch wichtig. Das stimmt. Wir wollen ja ein echter, guter Polizist werden. Ja. Eben. Schade. Fährt gar nicht so schnell. Das ist... Ich setze Sie hier mal ab, ja? Ich kann bitte. Bekommen Sie irgendwas von mir? Bitte? Sie bekomme... Ich bekomme gar nichts von Ihnen. Nein. Gottes Willen. Okay. Dankeschön. Ähm. Ich glaube, vielleicht müssen Sie ein Dispatch schreiben oder so, ja? Ja. Wie man da ist. Dankeschön. Tschüss. Wenn irgendwas... Achso. Welchen Funk sind Sie? Im 2.06. Okay, ja. Wenn irgendwas ist wegen Abholung, dann... Entweder Sie funken mich an. Ich bin Captain Morris. Oder... Ja. Fragen nach Abholung, gell? Ja. Das ist gut. Gerne. Tschüss. Zugelassen und versichert. Justin Camorra, ein BMW, richtig? Mit Hilfe, danke. Ja. Kein Problem. Was? So, wen haben wir denn hier? Marcel Schüssler. Mit 2 Euro. Dankeschön. R1. Ähm. R1 können wir nachher steigen lassen. Klar. R1 können wir nachher machen. Ähm. Wir haben... Wir haben... Naja, 4 Kisten. Zu 4. Ist doch Standard oder nicht. Und halt so ein paar Mischgetränke dazu. Alter. Alter. Du bist echt... Du bist echt einfach... Ich sag gar nichts mehr zu dir. Danke für 50 Euro. Schreibt's mal, ähm, in den Chat, liebe Freunde, das, äh, Hashtag Dankeschön Nobody mit nem Herz. Der Dude ist einfach immer so krass heftig am Supporten. Auch jeden Monat so. Und schon so lange dabei ist so ein heftiger Stammzuschauer von mir. Wir nennen ihn immer den Alki von mir, vom Chat. Beziehungsweise er hat sich selber so benannt. Bevor ich da jetzt irgendwie gesagt bekomme, ich nenne Leute so. Er hat sich selber so benannt. Aber... Ein wichtiges Mitglied dieses Kanals. Und Dankeschön an dich für 50 Euro mit Überweisungsgebühren. Küsse, küsse, küsse dein Herz. Alexander Meyer, was arbeitest du? Ähm, ich arbeite ganz normal in der Privatwirtschaft als... Ähm, Sales Engineer. Heißt meine Berufsbezeichnung. Also... Ja. Äh... Robert! Du kannst die Grafik von L, PR und Radagen M5 kleiner machen. Ja, stimmt. Gerdes... Autohaus ist nichts los. Das geht. Das geht. Ähm... Kann ich da... Wo war denn das hier? Plate Reader. Da... Na... Das war... UI Settings. Okay, das ist... Okay, das ist... X-ray 1 für X-ray 33 kommen. Steht da. Die stört mich ja nicht. Ich bin alle im Punkt 4. Ich... Okay, das... Ich bin Schnittstelle zwischen 1 und 4. 10-4. Für dich zur Information. Ich hätte X-ray 41 erlaubt, dass er anmarkt Offroad fahren dürfte. Ist das für dich in Ordnung? Ja, 10-4 passt. 10-4. Ich weiß nicht, wie ich die... Ich weiß nicht, wie ich die Kennzeichen... Wurscht. Okay. Das ist natürlich perfekt. Das ist ja meine Größe, mit der ich was anfangen kann. Die... Wenn das so groß ist, stört's mich nämlich gar nicht. Das ist ja... Winzig minimal. So, in die Grove Street müssen wir auch mal fahren. Ob irgendwas abgeht. Kardosch! Aloha! Wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Mir geht's ganz in Ordnung. Mir geht's ganz in Ordnung. Mir geht's ganz in Ordnung. Wie geht es dir? Wie geht's dir? Links oben ist es besser. Ja, aber ich brauche das Menü halt auch. Nicht dieses da. So. Aber ich schneide ja dort auch rein. Warte mal. Ich probiere jetzt mal was ganz... Ich probiere jetzt mal was ganz... Ich probiere mal was ganz was anderes. Was ist eigentlich da noch? Da müsste... Da dürfte eigentlich nix sein. Vielleicht trigger das ein bisschen. Aber dort oben dürfte eigentlich nix sein. Äh... Superweise sie. Jetzt wollen wir mal in die Grove runter. Da oben... Da dürfte es eigentlich bei nix im Weg sein. Weil die Admin-Meldungen und alles kriegt man auch noch mit, wenn man es da oben hat. Ist auch gar nicht so beschissen. Muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir mal wieder in die Panker rein. Dann kommen wir mal wieder in die Panker rein. Mir fällt jetzt nämlich nix ein. Wäre nicht, äh, unter der Facecam... Äh... Da gibt's ja auch irgendwas, oder? Sichtfeld. KING5. Informativ. Sämtliche KING-Units sind jetzt 1019 Mission Row außer Funk und in einer Besprechung abrufbar unter Funk 1.03. Unten stört es mich wegen einem Auto. Mich würde das übel triggern, wenn da unten die... Die... Weil dann sehe ich das Hack nicht mehr. Das würde mich übel triggern. Da oben passt. Am Ende des Tages... Am Ende des Tages... Am Ende des Tages muss es mir passen. Und ich finde es da oben ganz gemütlich. Da stört es mich nicht. Weil da ist es nicht im Sichtfeld. Und ich habe es trotzdem da. Das finde ich ganz cool. Das finde ich ganz knauke. Knauke. Ich sehe uns kleiner Finger. Dankeschön. Ich hab ja den. Er schreibt rein. Hatte gestern Geburtstag. Lieg aber krank zu Hause. Gute Besserung. Liebe Grüße aus Niederösterreich Base. Das nächste Kebab auf meinen Nacken. Danke für 11,99€. Alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Und gute, gute Besserung. Geh mal Nö sagen. Mein leid. Vielleicht gibts in der Grove da irgendwo. Geh Noah, mach ruhig. Streife fahren in Real in der Grove. Scheiß dich an, oder? Gute. Polizei Fernandte, Mission Road. Die Leute sind die derzeit auch nicht. 131 Leute. Was machen die Leute alles? Beim Truckerjob, da werden wir jetzt mal hinschauen. Jetzt schauen wir mal Industriegebiet runter. Jojo, 1, 3, 0. Dann, wenn es fertig ist. Wir wollen uns da keinen Stress machen, aber es geht im Moment sehr, sehr gut voran. Wir hatten mal vor Weihnachten hatten wir so ein bisschen eine Down-Phase und auch nach Weihnachten so ein bisschen, aber mittlerweile geht es sehr, sehr gut voran wieder mittlerweile. Wir als Team packen gerade alle zusammen mit an und bewegen gerade Großes und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Was wir auch definitiv sein können. Aber es ist nicht mehr so extrem weit entfernt, sagen wir mal so. LF-38 meldet, dass der Kokainverarbeiter so weit nicht sauber ist. LF-38 meldet, dass der Kokainverarbeiter so weit nicht sauber ist. Aus dem Weg, Geringverdiener. Aus dem Weg, Geringverdiener. Oh Gott, natürlich, den Stipfel gleich mitten drin mitgenommen. Klar. So wär's hier alles am Trucker schallern. 45-10-7-1-10-8 gestartet. 25-10-8 gestartet. Auch keine Trucker da. Darf man nicht wahrsteinern. Wo sind die 131 Leute, wenn sie nicht schon auf der Straße sind? Wo sind denn die alle? Wo sind denn die ganzen Leute hin? Sind schon 140 Leute da. Wie würdest du mich als Stammzuschauer nennen? Denn bin jetzt seit 29.10.2020 dabei. Julian, du bist, du bist, du bist Don. Du bist einfach Elite. Du bist einfach schon Ehrenmitglied. Anders kann man es nicht sagen. Oder Ältester. Der Waisenrad. Der Ältestenrad. Also ich finde es super. So, Shogi Gaming. Ah, stimmt. Shogi Gaming, danke für den Euro. Kannst du mal mit Darren eine Adam-Einheit machen? Oder R1? Zicke, zacke, zicke, zacke. Chat, das ist für euch. Zicke, zacke, zicke, zacke. Und ein CJ hinten. What in fuck's name are you doing? Oh! So, meine lieben Freunde. Ähm. Julikan, Dankeschön fürs VIP werden. Ich küsse, küsse, küsse dein Herz. Danke, danke, danke. Okay. VIP Pro sogar, ne? Dankeschön. Was ist da am Hauptplatz los? Hab ich, brauche ich eigentlich Pizzen? Wofür schafft die kann ich verzichten? Was ist hier am Hauptplatz passiert? Ah, da ist gebrannt. Verstehe ich. Okay. Aber ist gerade vorhin ein Feuer ausgebrochen. Okay, nein. Ich glaube, ich mache jetzt einmal wirklich die Scheiße und stelle mich da mit. Nein, du Kennzeichenkontrolle. Ausweiskontrolle. Ausweiskontrolle. Ja, Kennzeichen. Gut. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Tschö, Kennzeichenkontrolle. Scheiße, wenn der Raptor nicht einmal mitmordet ist. Das ist jetzt das erste Kennzeichen, was er überprüft. Ich habe jetzt den mit rausgeholt. Der war sein Kennzeichen. Ich will es nur sein Kennzeichen überprüfen. Braun. Das ist ja wieder da hinten, diese lustige Truppe da hinten. M5, F10, Ruby und ZH01. Das Fuchs, die sind glaube ich alle nicht auf der Fahndung, ne? Wett. Also, also, also Wett sind eigentlich Tierärzte. Wett. Außerdem ist die Notrufnummer 911 und nicht 911. Was sagen, 911 ist aber falsch. Philosophieren sie gerade über mein Kennzeichen? Ja. Ja. Absolut. Also, weil Wett ist ja die Abkürzung für Veterinarian, also Tierarzt. Und 991 ist eigentlich die Notrufnummer und nicht 911. Oder für Veteran. Nee. Nee, dafür haben sie noch beide Beine. Weil es kompetentste Ärzte gibt wie den Herrn Ziegler, die mich zusammenflicken, maybe. Na? Ja. Hab ich auch gehört, dass der Ziegler sehr kompetente Arzt ist. Ja, ja. dass eine Person ausgeraumt wurde. Bitte? ich hab den vor LM32 700 Meter entfernt. Mein Blaulicht verloren. Achso, nee, ich hab's da drin. Ich dachte, ich hab's da. Nein. Alles gut. Ja, ich hab's so, ich hab's so, ja. Na passt, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, angenehmen Abend, gell? Gleichfalls. Ebenso. Ebenso. Lassen Sie sich gut gehen. Der hat an folgender Position einen Raptor gefunden, stand am Wasser unten in der Schlucht, hat uns zu merken, hat sich dann in einem Busch versucht zu verstecken. Vielleicht mal eine Einheit, hier alles absuchen. Drei Personen, ein Fahrer, einer auf der Ladefläche. Ja, den hatten wir eben auch gesehen, dass wir uns am Ease-Away gefahren und es dann offshore hochgefahren, an denen heißt es sieben bald. Ja, der hat sich gerade versucht vor uns zu verstecken. Jetzt haben wir einen Kocher gesehen, den beobachten wir, schauen, was der gerade macht. Ich glaube, die brauche ich noch. Ich mache mir die Essensreste wieder voll. Hallo. Buongiorno. Kann nicht Gutes tun. Ich bräuchte mal eine ganze Thunfischpizza. Der kriegt nichts gegen Mobbing. Was? Das war uns jetzt was. Hey. Ich habe Hunger. Und wir jetzt kein Geld mehr für Pizzateig, weil wir den ständig bei euch fassen müssen, das Geld. was? Ich wurde innerhalb von 10 Minuten viermal angehalten. Warte, das ist mein Telefon. Ja, das ist meine Ausrede, die ich rummahabe. Ich bin's, ich bin's John. Ja. Können Sie mich wiederholen? Ich hole dich ab, klar. Ich bin in 5 Minuten da, gell? Also fährt er in den Kauten. Jo, 10-Fahrt. Negativ, der ist jetzt auf dem East Highway abgefunden. Ah! Ich muss meine Latschen anziehen, nein. boah, das geht nicht. Wir sehen meine, wir sehen meine metten Augen denn da. Ich muss ganz kurz andere Schuhe anziehen, ich habe immer noch meine Latschen anziehen. Warum fährst du mit dem Anziehen? Thunfüßspitzer oder kam da noch was? Eine ganze Thunfüßspitzer, sonst brauche ich nichts von Ihnen. Alles klar. Achso, ich muss mit Lkw gefahren. Okay. Ich fahre ausnahmsweise mal mit Tempomat, geht mir voll auf den Sack. Trotzdem noch schnell. Ich habe jetzt 80er Tempomat, das habe ich in meinem Leben noch nicht einmal angehabt. Das ist ja schrecklich. 80er Tempomat. Das muss schrecklich sein. Ist es? Ja. Dreht er das Auto komplett durch? Ich fahre schon mit dem Auto. 150er? Nein, 150er Tempomat in der Stadt. Geht voll klar. Ich war schon extra in einem Auto, wo der Motor nicht gefühlt explodiert, wenn man nur 80 fährt. 150. Heute hörst du im 5-Minuten-Takt den Funk. Ja, ich werde angehalten. ich werde angehalten. Ist so. Okay, ich werde schon wieder angehalten. Aber das liegt ja nicht an uns, das liegt daran, was ihr als schnell fahrt. Ja, nein. Ja, doch. Die Geräte müssen mal wieder geeicht werden. Wenn ihr uns mit 100 fahren lassen würdet, würden wir auch noch 100 fahren. Wenn ihr euch mit 100 fahren lassen, würdet ihr 100 gar einzig fahren? Nein. Genauso wie der 150er Tempomat hermit. Nein, ich habe, nein. Oder man fährt einfach mit 400 in die Stadt ein. Oder 470, wenn Nuss richtig gut greift. Die erfragen, wo ist der Wohnwagen? In welche Richtung? Ich gehe mal ganz kurz in den Bieter holen. Danke schön. Gerne. Das macht dann 240 Dollar. 240 Dollar. Höhe State Prison. Höhe State Prison. Alles klar. Wenn ihr weiter, dann fern. Bitteschön. Perfekt, danke. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Und schöne Schöne. Dankeschön. Danke. Warte mal. War er nicht auf der Fahndung? Ach du Scheiße. Dame. Der Herr, der mich gerade bedient hat, wie heißt er? Nur für mich so. Fragen Sie doch, der läuft ja noch für mich. Haben sie eben gerade gefunkt, gell? Vielleicht. Bis gut. Wollen Sie mal stehen. Den Ausweis für mich. Ja. So, bitteschön. Dankeschön. Checker mal kurz das durch. Aua. Oh. Perfekt. Ach, sorry. Gut gemacht, Brent. Gut gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Haben Sie Ihre Pizza schon bezahlt? Ja, habe ich. Dann wäre das jetzt auf mich gegangen. Oh. Informativ an der Pizzeria. Es steht auf der Fahndung in Herr Rick Schein, wegen illegalen Waffenbesitz. Das steht hier vor mir in der Pizzeria. Ja, check für dich. Ich hatte da eine AK-47 in ihrem Kofferraum gefunden. Haftbefehle ist auch vorhanden. Ja, ich brauche da Backup. Ich bin alleine. Dort bei der Pizzeria. Was musst du mir sagen? Geiser Name, G6, hinter Dispatch. Rotate Responding, G6. Eine King-Einheit versuchen, von der Bespashing abzulösen, wenn es geht. David-Einheiten, Respond. X-Ray-1, Responding. Herr Schein, kommen Sie mal mit? Ja. Sie werden jetzt mitgenommen, Herr Schein. Nee, eigentlich nicht. Können wir wo ungestürzt reden? Ja. Komm mal rein, und das ist dann. Bist du dann am besten nach vorne? Bitte? Alter, ich lese gleich die Donis vor. X-Ray-1 blockiert hinter der Tür. Ähm. Herr Schein, erstmal kriegen Sie Ihren Ausweis da wieder zurück. Hm, Dankeschön. Und zwar folgendes, ähm, gegen Sie steht ein Haftbefehl aus. Dispatch 1108. Hä? Gegen Sie steht laut oberstem Gerichtshof ein Haftbefehl aus, weil bei Ihnen im Kofferraum, was auf Sie angemeldet war, eine AK-47 gefunden wurde. Das heißt, das Fahrzeug genau steht sicher im Bericht drin, aber so steht es bei mir. ich war ja nicht der behandelnde Officer, aber der Haftbefehl liegt vor. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich jetzt zu mir umdrehen und dann nehmen Sie mit und alles weitere wird dann geklärt. Ich hoffe, wir können das friedlich lösen, weil sonst muss ich es mit Gewalt machen. Ja, wir sind drin da in der Pzern, wir haben Reden. Also G6 ist kurz vor? Ja. Erscheine ich jetzt jetzt festnehmen. Ja, wir verlassen schon. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Warum jetzt? Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. So. Kopf einziehen. Ja. Sie haben aber nicht das Recht hier den Herrn einzupacken. Doch, weil er bei uns auf der Fahndung steht. Ja, da hätten Sie den Herrn bitte rausgebeten. Aber das machen Sie nicht auf unseren Privatgrund. Guck mal. Wir fahren. Guten Tag. Hey, man sieht sich immer zweimal, ne? Du wisst Bescheid. Können Sie bitte vorne... Ich muss mal kurz was am Handy nachschauen, einen Moment. Au, ich sehe es. Von den hinten raus, von Parancen. Äh, und warum? Irgendwie angeblich wurde eine AK in meinem Auto gefunden. Ja, ich weiß nicht wo oder was, aber das klären wir jetzt erstmal. Ich habe da sowieso das Recht, meinen Anwalt anzurufen, oder? Natürlich, die Rechte werden wir Ihnen den auch verlesen. Perfekt. Warum würde ich dann wieder gleich drinnen sagen? In der Zelle auf jeden Fall in meinem Anwalt anzurufen. Das ist gar nicht kein Zugang möglich, alles abgeschlossen. Wir gehen dann jetzt einmal Richtung Jules. Scheißegal. Na? Ich schreibe die, was reiche in der drei Geilfe. Immer hinten rum. Ich kann den immer hinten. Okay. Ähm... Was machen die jetzt? Und seit wann lief da Befehl vor? Drei Einheiten zum Jubel Ähm... Seitdem... Was nicht mich lügen... 29. Ersten? Superreise. Ich kann gerade nicht auf mein Tablet schauen, weil ich ja gerade hier im Auto sind. Alles gut, alles gut. Lenkungs. Adam, 16, unterricht. Was steht da vor? Ein Raptor und eine Supra. Das ist positiv an der Geist und eine bis jetzt als Gelenksler. Kopf einziehen. Noch einmal an alle Einheiten. Ist zufällig der Officer im Dienst, der den Herrn Schein auf die Fahndung gesetzt hat? Ja, positiv. Können Sie bitte ins Mission Road kommen und diesen Fall übernehmen? Ah, check. Ähm, Miller, klingt dich aus der NM-Einheit ab. Seovic übernimmt für dich die Einteilung. Wo gehst sich umkümmern? erschein, ich werd's... So ist der Plan. Achso. Check. Ähm, ja. Sie stehen ja noch da. So. Kommen Sie mal zu mir, ich werd Sie noch einmal abtasten. Haben Sie irgendwas dabei? Ähm, die Waffe werde ich Ihnen einmal abnehmen. Vielleicht zu zweit, ne? Ja. Würdet ihr dann einmal gegenüber aufs Dach bitte gehen? Falsch umlass ich Ihnen ein Springmesser können Sie auch. Okay. Rampau? Ja, den Rest. Alles gut. Lenken 16 Tanks bei der Mechaniker nochmal. Alles gut. 10-David-10-90-7 perfekt. Okay. Soweit, ich werd Ihnen nochmal die Handstellen lösen, gell? 10-David-10-90-7 So, Sie haben das gemacht, gell? Ja, ich hab ihn auf die Hano geschrien. Halbenlafen. Ähm, dann lass ich sie mit dem Herrn einmal allein. Nein, wie gesagt, es ist nicht mein, dass Sie können sich da besser aus, gell? Ja, woll. Gute. Gute, Herr Schein. Schönen Abend. Gleichfalls, Treja. Wo wird noch Backup benötigt? Billia. 10-4, Responding. Ich bin über die 7-R-South. Check. Ist die Safety schon verständigt worden? Dispatch, wir haben 1. bis bitte jetzt mal wieder nochmal 10-Staff, ist nicht mehr möglich. Äh, Nike David, Frage, euer Status? Wir stüllen hier ein Kilo, warum wir harten Zettkopf haben. So. Ein Bugatti ist gerade hinten in die Seitengasse gegenüber vom Juwelier reingefahren. Der kreist hier seit Anfang des Raumes rum. Ja, Türen vor, den hat er auch schon gesehen. Sarah? Stimmt, John. Stand by bundle. Informativ, ist auch noch ein goldener Mercedes. Stimmt, warten Sie mal, ich muss meinen Kollegen kurz abholen aus dem Krankenhaus. Ich habe nämlich noch einen Rookie. Okay, warte mal. Ist alles okay mit deinem, was ist mit deiner Frisur los? Die war schon immer so. Warte mal. Oh mein Gott, ich habe das, warte mal. Warten Sie mal, ich kümmere mich kurz um den Rookie. Richtig, Sporting. Hört. Mit Geld. Hallo. Hallo, grüß dich, Kollege. Ähm, ich bin gerade in einem dringenden Einsatz geordert worden. Ich schicke dir jemanden vorbei, okay? Alles klar, danke schön. Gerne. Tschüss. T-26 informativ, wir haben jetzt eine Geisel sicher, die anderen Geisel scheinen unbewacht. Hat jemand das im Flieger rufen, wir brauchen hier dringend eine RTW für den Herrn. Informativ für euch, ihr habt, auf der Straße gegenüberliegend irgendwelche Späher. Wo genau? Richtung Norden. Kurze Frage, ich bin mit dem Crownvik da. Ist eine freie Einheit gerade da? Wir bräuchten zur Abholung von einem Kollegen am Krankenhaus. Das machen dann die anderen Einheiten, die gerade frei sind. Ich funke mal durch. Äh, warte, warte. Ruf John Sandoral an. Guck mal, ob er das machen kann. Sekunde. John? Sendovel, verlinkt um 16. Lass dem Handy sehen. Sendovel, verlinkt um 16. Notfall gehe ich mir halt wohl. Sendovel, verlinkt um 16. Sendovel, Würden Sie bitte den Kollegen aus dem Ausschluss holen? Sendovel. Danke. Dann David, mit der Frage, hat jetzt jemand das FT gerufen? Ja, hat G-26 gerade gemacht. Ja, ich habe auch noch. Damage. Äh, Adam 32, Kürze, So. Ich will wissen, wo ich, Wamos, Verfolgungseinheiten. mit was für einem Auto bist du hier? Offroad. Achso. Ja. Nee, gut. Du, Zweiter, Morris. Ja, du Erster, du Erster. Reptor. Beim, Reptor, genau. Also, du Erster, Supra, du Zweiter, Supra, du Erster, Raptor. Die sind Tensei, die sind Top. Superweiser. Und das auch noch. Dann bist du jetzt kein Superweiser, ich brauche dich. Was haben du gesagt? Okay. Hä, die wollen hier einlaufen, wollen ihre Geisel befreien, weil das offenbar ein bekannter von denen ist. Hat der jetzt mit das? Das können wir besser. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Eferts. Hä? Nein. Okay. Also Morris, ich bin eins zu fest hinter mir, wenn ich mich super. Gut. Du brauchst nicht funken, weil wir Adam sind. Gut. Passt. Passt. Hier ist jetzt welches Fahrzeug? Äh, die Supra, die linke, die roter. Nein, oder was meinst du? Wir? Nein, wir sind hier der, der. Verstehe. Ja, du weißt, was ich meine. Okay. Passt. Also Walker, das können wir besser. Ja, das können wir besser. Ich weiß was Bescheid. Ich bräuchte am Jubilier bitte noch einen Offroader und einen Straßenwagen. Denkst du wollen, du hast doch einen Offroader. Nochmal, nicht durcheinander. Hat jemand der Kreideunterstützung mit Offroader? Ja, dann komm ich, ich bin scharf, Marc. Was wir verfolgen, die Supra. Liegt mir hinein mit der Frage, du fährst dann als Offroader als dritte Einheit beim Raptor und die andere Einheit, die mit den Straßenwagen kommt, du fährst als dritte Einheit einander. Super. Ich brauche noch ein paar drei Minuten. Ja, alles gut. So, ich muss mich jetzt einmal hier bedanken. Ähm, Max Heinrich hat 107 107 Euro donated. Moin Adel, kennst du mich noch? Und das ist für den Server und was für dich. Grüße aus Sachsen. Einen herzlichen Herzregen und ein Danke Max in den Chat. Dankeschön und natürlich kenne ich dich Max. Du hast schon einige Male hier den Channel supported. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Kuss, kuss, kuss. Ich fahre als vierte, aber ich fahre noch passiv, weil sie auf dem Hypercar umsteigt in der Highspeed. Danke, danke, danke. John wird abgeholt von dem Kollegen. Alles gut. Ich bin ja hierher beordert worden. Erst war die Festnahme und dann bin ich da her. Ich bin gespannt, was die Supra da jetzt macht. Die Supra ist ein gutes Auto. Die darf man nicht unterschätzen, die rotes, also die Supra, die MK5. Die ist ein Kurvenmonster. Hängst du dich dann bitte mit an den Off-Broadern als Air-One? Check. Falls der irgendwie durch Waldgebiet oder so fährt. Ja, machen wir. Danke. 28, 28. Haltet. Hat jede Einheit jetzt mit, wo sie verfolgt? Den vor. Edward, den check. Beide Off-Broadern ist gleich da, hier noch im Blick. Töne Unterstützung bei der Verfolgung. Nein. Jetzt reicht's. Negativ. Verfolgungsanteilung steht. Könntest dich aber als Backup halten. Äh, 15 David. Als du noch nicht eingefallen wurdest. Einsatzleiter und Verfolgung für 15 David. Ja, trotzdem. Kurze wichtige Frage, ist, steht die Verfolgungsanteilung? Tony, DK, deine Nachrichten kommen an, ja? Verfolgung, die Einteilung hört. Ähm, soll ich dir ne, äh, zwei David-Einheiten mitschicken? Ja, positiv. Wäre nicht schlecht. Kannst du einen in einem Off-Router und einen in einem Straßenwagen? Ja, den Funk, ich meine. Schwer, Handlungsführer für Air One. Also, ich finde es super. Kannst du mal mit dem Funk-Uternet. Der Popo-Birat. Hi, ist das nicht bissl übertrieben mit den 20 Cops beim Jube? Tut das nicht die Hälfte auch? Äh, Popo-Birat, diese Diskussion haben wir jedes Mal gefühlt, wenn irgendein RP-Szenario ist. Ähm, wir spielen einfach RP und ich finde es gut und schön, dass so viele Einheiten da sind. So, nicht böse gemeint, das ist auch, ist vielleicht deine Meinung so, aber wir und viele andere Spieler finden es einfach cool. Negativ mit einem mit einem Rookie quasi. Er hat vor, dein Fazio bitte den Offroader dann hinterher müssen. Also, die Nachricht, ob er gespendet hat, sehe ich noch nicht. Also, Tony De Kane Spende habe ich nicht da drin. Aber wieso soll das übertrieben sein? Wisst ihr? Ja, steigen los. Hast du gefahren, los? Geht hier vor. Ja, away. So, wir werden da Bill mit auf Abstand hinten nachfahren. Ich rase der Einheit vom SWAT nachher Wix. Zwei Sekunden. Arntcheck, bist du das da? Die Frage ist verfolgt, den roten Barsch weiter. Danke, auch wer auch immer gerade tonated hat. Ich kann gerade nicht schauen. Ich kann gerade nicht schauen. Nein, hinterher ist Frage, Offroad. Offroad ist alte FD-Tankstelle hier oben. Beide alten haben die Wache unterbogen. Wo attention werden die Straßen ran? Gerade in den Heels um. Offroad fährt jetzt Steinwäsche weiter. Fährt die Heels runter, fährt runter. Kommt der raus. Richtung Schule raus oder Steinwäsche? Oder McDonalds? Ähm, wir kommen. 10-20 Offroad? Kannst du nicht sagen, wo wir McDonalds dort? Okay, offenbar. Das ist der 8-Band-Tatel. Da ist Straßenwagen der 10-20. Automativ. Wir haben vermutlich einen Außerstehenden in einem vermutlich schwarzen Verhauung da auf dem Wasser und auf dem sind jetzt hinten bei Mackie. Ja, 16-15. Wir fahren wieder die Heels hoch. Es wird eine giftige Verfolgung, Da kann ich jetzt schon. Wir fahren weiter dort zum Stadion. Settlet 20 vom Offroad, oder? Habe ich noch eine Backup-Einheit hinter mir? Zubauen wir wirklich. Ich glaube, ich bin gerade alleine beim Straßenfreuzug. Rana, A3, bitte Inhalt, viel Backup-Settling im Schraubenfall. Settlet 20 Offroad. Linken 19 wieder im Funk. Linken 19 informativ verscheiden, wurde über einen sozialen Donut. Also, benötigt ihr noch Unterstützung? Ja, so sind wir heißen, wieder ein Specker. Ich denke, auch raus. Aufrufverfolgung, der fährt. Ganz schön, aufrufig. Ich sage, die Super ist, ist giftig. mich wird es nicht so schnell los, mein Freund. Gebt ihr Mühe da vorne. Straßenwagen 1020? Wir sind jetzt bei der Tankstelle. Tankstelle Playboy-Villa. Wir fahren jetzt wieder Richtung Stadt rein. Verunfallt. Hallo, hören Sie mich? Hören Sie mich? Frage an die Einheit mit der Person, die in den Geht's Ihnen gut? Äh, wurde durch den Backup? Mein Straßenwagen schwer verunfallt mit einem Kollegen. 1020? Können Sie, erreichen Sie den Schlüssel? Hören Sie mich? Ich habe auch ein Kollege beim Raptor. Also ich finde es super. Können Sie mich hören? Check Raptor Code 4. Können Sie, erreichen Sie den Schlüssel, dass Sie den Motor abstellen können? Der ist verletzt, der ist verletzt. Checkt einmal, ob es dem gut geht. Ja, check, dann haben wir beide. Alles gut, Renan? Alles hintergefasst? Alles gescheppert. Schaffensglaubt nicht, die Fenster selber runterzumachen. Schaut mal bitte, dass noch Opferdeinheiten zu X-Ray 1 dem Kollegen fahren. Die liegen beide auf dem Dach unten im Zoom. Schaut sie dort noch erträgen. 1020 bitte, von den X-Ray. Ach du, kannst du ja Tempozone machen, dass es kommt. Ja klar. Adam für die Ältesten, naja, kommt her. Ja, machst du, ich will es nicht kurz. Ja, dann mach du kurz. Schönen Abend. Schönen Abend dir. Ich brauche vielleicht auch noch eine Einheit, ich bin hier verunfallt und hatte dann wahrscheinlich einen Totalausfall danach. Ich bin hier hochgefahren. Ja, ich bin hier hochgefahren. Ja, ich bin hier hochgefahren. Hier ist der Mustang, warum auch immer quergekommen. In der Bodenwelle wahrscheinlich scheiße mit genau. Also, sie haben schon seitlich gegen die weiße Wand hinter dir mit dem Zaun. Und dann hat es mich, wie so auch immer, in die, hat es mich ein, hat es mir ein Salto seitwärts gemacht. Ja, ich verstehe es nicht. Du musst einfach fahren, Rana. Hey. Jeder so, wie er will. Wie geht es dir so weit? Es geht, ich habe mir den Kopf ziemlich angeschlagen. Ja, okay, ich mache mal ganz die Straße dicht, weil sonst setzen sie noch irgendwie rein und dann schauen wir mal. Gut, bei dir ist jetzt eh schon jemand. Ja, ja, das ist gerade gekommen. Vor allem Fehler, mich nicht an erster Stelle zu setzen. Echt? Der andere Kollege hätte noch am Kilometer schon verloren. Ich war am Ende der einzige Nummer dran. Aber egal. Nächstes Mal bist du erster. Nee, nee, bitte. Das war nur ein Spaß gerade. Kann ich was für dich tun? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht fahren beibringen. Also, das war ja gerade. Die Bodycam schaue ich mir mal an, ne? Ich sage nur Meckes und so. Ja, dann fürchte ich nicht. Okay, passt. Ich schaue mal, dass ich irgendwo anders noch helfen habe. Ja, alles klar. Danke dir, aber tschau. Wir responden. Wird irgendwo gerade noch Unterstützung benötigt? Und ein verunfallter Kollege oder so? Bei Sehovic geht's gut. Bei dem ist jetzt schon eine Einsatzkraft. Ich würde mal sagen, GG, Leute, oder? GG. Naja, er hat einen Blackout gehabt. Ich glaube, er hat sich aber fürs RP-Spielen entschieden. Er ist halt auf der Gegend verbannen. Also, ich glaube, er hätte weiterfahren dürfen. Aber er hat sich, glaube ich, dagegen entschieden aufgrund des Blackouts. Aber er hat definitiv einen Blackout gehabt. Aber er war halt auf der Gegend fahrbar und so, ne? Also, es war ja kein, wie soll man sagen, es war ja kein Rahman von PD. Er hat halt den Unfall verursacht. So, ne? So. Lord FB hat einfach gerade 250 Euro gespendet. Wie viel Verspätung hast du gehabt? Grüßt dieses Mal vom Zuhause aus, nicht aus der Kaserne. Ich hatte eine Minute Verspätung heute. Eine. Aber ich hatte mal wieder eine Verfolgung gesagt. Aber die MK5 fährt richtig gut. Also, ich habe schon geschwitzt. Ich habe so ein bisschen gezittert. Ich habe alles gegeben. Vor allem oben diese Straße da oben, wo der Kollege verunfallt ist, die war mies, Alter. Wo immer die Autos so komisch entgegengekommen sind, die war richtig mies. Die war echt, also ich muss for real sagen, die war extrem schwer zu fahren. Selbst, ich sage jetzt mal, für einen erfahrenen Fahrer wie mir war das sehr, sehr schwer zu fahren. Der Hoffnung für mal war da, dass du es LFD bist. Nein, die sind gerade beim Kollegen. Ah. Ernst, alter Lord FB, Dankeschön. Warte, ich rufe mal John an. Ich hoffe, John geht's gut. Kidnappt worden vom eigenen Kollegen. Easy. Alter, ich muss mich noch mal bedanken. Schreibt's mal alle Hashtag Danke Lord FB rein. Ich glaube, John ist 10-7. Alle Danke Hashtag Lord FB für 250 Euro. Bro, das ist heftig. Das ist einfach, das ist geisteskrank. Das ist nicht mehr kann mich mal jemand irgendwie kneifen oder so. 250 Euro. Das ist ja nicht mehr real. Ey, Dankeschön, wirklich. Kuss, Kuss, Kuss. So, Heinrich, mit 2 Euro. Liebe Grüße von meiner neuen Arbeit und gleichzeitig Wohnung mit schlechten Internet. Kuss, Kuss, Kuss. Danke für 2 Euro und alles Gute. Ähm. So, wir haben auch noch den lieben Raffi auf hoffentlich noch weitere geile Verfolgungen. Schönen Abend allen. Macht's ein Herzring für Raffi. Ich sag's jedem, jeden Stream 30 Euro und mehr. Einfach einer der heftigsten Supporter hier in diesem in diesem auf meinem Kanal hier, in meiner Laufbahn. Dankeschön, Raffi, für alles. Und Lord FB nochmal mit 50 Euro. Du weißt, was das heißt. Liegestütz. Ich freue mich schon, mit dir mitzumachen. Eine Minute Verspätung sind wie viele Liegestützen. Lord FB. Wie viele, wie viele muss ich machen? Für eine Minute. Alter, ich baller da gerade 300 Euro raus. Tch. Alter. Das ist ne, das ist ein Teil, großer Teil von einer Miete. Ah, Servus. Ups. Moin. Moin. Ich glaube, ich glaube, der Herr hatte ein Blackout, wenn mich nicht alles täuscht. Hm, mega. Hatten Sie nicht? Hatte ich nicht, aber ich bin frontal in den anderen reingefahren. Verstehe, verstehe. Also habe ich dementsprechend auch Schmerzen. Wer wird denn den Fall bearbeiten? Gute Frage. Von dem Herrn. Jedenfalls, wer auch immer ihn bearbeitet, wenn er jetzt weiterhin kooperativ ist und sich nicht verspielt, oder was auch immer, dann kriegt er Strafminderung, aber einiges. Ja. Weil so kooperatives Verhalten sollte man schätzen, finde ich. Weil ich kenne da ganz andere Rambos, die fahren nach 400 NOS fahren die noch weiter. Also bin ich das gehört, das gehört. Oder die schreien da mit Departamentum wenn sie verunfallt sind. Genau, ja. Deswegen, das finde ich, gehört gelobt. Auch wenn es ein Schwerverbrecher ist, das ist ja noch immer weiterhin, aber ja. 300 Euro ist fast meine Miete. Alter, 300 Euro Miete? Ich bin ja gerade echt so ein bisschen am Schauen und so, aber 300 Euro, ja, realistisch ist eher so 800 bis 1000. Ich weiß. Hallo TFB, wie viele Liegestützen macht man? Warum steht der Typ mit dem pinken Kappel und er mittendrin mit dem Fahrrad? Sache mal, was machst du da? Das ist Cracky. Hallo, lachen doch. Was macht der da? Das ist Cracky, los hören. Wollte ich gerade sagen, also der Arme. Erst. Das ist unser Cracky. Das ist der Dom Turbo, oder? Oder die SC Turker mit. Die, aber ich finde, die Mütze, die hat was. Die Mütze hat was. Soll ich das mal auch mal aufholen? Schlafen müssen, was ist denn? Und er knallt nochmal 100 Euro raus. Du bist doch nicht mehr normal. Ist nicht mehr normal, Lord F. Er haut einfach nochmal 100 Euro raus. Genug, 40 Stück müssen wir machen. Alter, 40 Stück, ich das schaffe. Ich schaffe es. Wie viel haben wir gemacht? 30. Okay, aber wir müssen es am besten nicht fahre. Weißt du, was ich jetzt mache für dich? 10 Euro auf den Quadratmeter. Das ist aber... Ja, aber das... Wobei, das ist wenig. Ja, kommt drauf an, wo, ne? Weil das wären so... Für mich so die optimale Wohnung hat so 60 bis 70 Quadratmeter, sage ich jetzt mal. Aber bei uns zahlst, also in Graz, jetzt in einer, ich sage jetzt mal, drei Zimmer mit einer einigermaßen Lage zahlst du halt 800 bis 1000 Euro, ne? Also, haben wir ein bisschen mehr Quadratmeter Preis. Okay, Chat, sollen wir die, sollen wir die Challenge machen, 40 Liegestütz? Ich glaube, bei 30 ist meine Grenze, aber ich versuche, meine eigene Grenze zu überbieten. Ich muss irgendwo einen Sportplatz finden. Die LAB, die Kraftkammer. Ich mache das jetzt. Wir machen jetzt Liegestütz-Challenge. Schreibt's rein, ob ich die machen soll. Schreibt's rein, ob wir das jetzt machen sollen. Daniel, danke für 25 Euro auch mit Überweisungsgebühren. Ach so, Kaltpreis. Okay, ja, das ist normal dann. Ja gut, kalt ist normal. Also Patrick, wenn du kalt meinst, dann, ja, bei warm. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, alles gut. Okay. Okay, ich soll, ich soll die Challenge machen. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache sie da oben auf dem Parkdeck. Ich fahre da jetzt hoch aufs Parkdeck, weil da fühle ich mich irgendwie ungestört. Ich gehe nur vorher nochmal, glaube ich, oder ich, Mist, was, ich mache es, ich mache es voll. Wir ziehen durch. Nur 40 werden hart, hart. Ich glaube nicht mehr, dass ich sie schaffe, aber wurscht. Wir werden auf jeden Fall alles geben, Jet. Wir werden alles geben. So, gibt es die Liegestütze. Also, da sind wir in Hobbies. Liegestütze. So, Jet, wir zählen laut mit. Wir sind gleich wieder da. Okay. Ready? Huh. So, und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, viefzehn, ziebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, hälfte, einundzwanzig, neunzwanzig, 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 sieben, die Frage wäre, als wäre, 31 34 35 36 37 Name 38 39 39 40 Oh shit So eine Scheiß Ah Okay Ich muss euch enttäuschen Ich hab den letzten nicht geschafft Den 40er hab ich nicht mehr, den mach ich jetzt nach Den 40er mach ich jetzt Ah So Puh Okay das war jetzt aber absolut Grenze Das war jetzt absolut Grenze Ich bin ja ehrlich zu euch, ich hab den 40er nicht Ich hab den nicht auf einmal geschafft Ich hab 39 hab ich geschafft Und dann War vorbei Holy shit Oh Puh Aber hey Leute Trotzdem Trotzdem 39 Liegestützen Ist trotzdem nicht so Alter Ich kann grad nicht mal Meine Ärmel aufkrempeln 39 Liegestützen sind trotzdem nicht so schlecht So So Aber geil Wer hat alles mitgemacht So So eine Scheiße Warte ich muss da wieder raus Ich kann mich noch erinnern wo ich damals noch beim Herr war Mein Rekord waren glaube ich 67 oder so Das war damals noch beim 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 Bundesheer als Liegestütz machen so zum täglich Brot dazugehört hat War glaube ich mein Wirklich 65 oder sowas Es war auf jeden Fall mehr als 60 Am Stück Das schaffe ich heute nicht mehr Aber wie man sieht 39 ist aktuell gerade Mein Ding Das Ding ist halt wichtig ist dass man sie schön macht Na wenn man sie Weil sie so breit greift und nicht ganz runter geht Schafft man mehr und sie schnell durchdrückt Aber wenn man sie schön macht dann sind Liegestützen echt hart Also richtig Ellbogen nach innen schön auf Brusthöhe und so runter gehen So So Genug Sport Und das noch on stream So Ich habe jetzt meine Sünden gebüßt für eine Minute zu spät kommen Und da habe mein Körper was Gutes getan So Aber Patrick 10 Euro 10 Euro pro Quadratmeter finde ich irgendwie okay für Wien sage ich einmal Mal Also Ich hätte mir in Wien schon gedacht dass es viel mehr kostet So Wir gehen weiter auf Streife Heute haben wir schon geliefert So So Sorry Was nennt sich fahren im Gegenverkehr Ich Nein das nennt sich Heckscherd aus Ich brauche Ich brauche einen großen Wendekreis Ja genau das Das ist auch kein Auto Das ist eigentlich ein Panzer und deswegen braucht man zwei Spuren Mein Kollege Ich bin gerade außer Atem Ich hatte gerade eine anstrengende Verfolgungsjagd Ja ich auch Ja Aber waren sie auch hinten beim Juvedeer Äh ja aber in der Ohren Achso Ja gut Achso Deswegen sonst weh mich stressig Achso Da vorne ist jemand der ist zu schnell Tschau Holy shit ist der schnell Laser Front away Front away Front away Front away Front away Front away Frontmachen Ich höre nichts One Linken 15, Verkehrsanhaltung 60 10 Kennzeichen 1 CH also 1 Chiron. Jenny Butch bereits bekannt. Schwarz-orange? Ja positiv. Check, dann Jenny Butch. Können Sie mir bitte den Motor vorne ausstellen? Herzlichen Dank. Guten Abend. Sie kennen mich? Mit wem habe ich Sie zu tun? Frau White und Frau Butch. Braucht ihr meinen Führerschein bitte? Warum fanden Sie maskiert herum? Weil nein, wir haben uns gerade umgezogen, weil wir nämlich eine Feier noch machen wollen. Eine Feier wollen Sie machen? Okay. Führerschein brauche ich noch. Ja, ja, ich mache jetzt mal Femze runter. Muss ich aussteigen irgendwie, oder geht das so? Das geht so. So weit, dankeschön. Passt soweit. Nebendran sitzt die Frau Butch, richtig? Sie, ich entmaskiere mich. Führerschein oder Ausweis von Ihnen auch? Was wollen Sie jetzt, früher Schein oder Ausweis? Beides oder eins davon ist mir eigentlich recht. Dankeschön. Sie hat die Erlaubnis, das Fahrzeug zu fahren. Gehe ich davon aus, gell? Ja, wenn ich daneben sitze, denke schon. Ja, kann ja sein. Beide maskiert. Jetzt sind sie entführt worden. Gut, sie kriegen beide mal. Sie haben ihren Schein schon. Sie können ihn auch zurück. 149 war der Messwert, gell? Bei 80. Ja, ich hab's gemerkt. Na ja. Bußgeld stelle ich Ihnen trotzdem aus, gell? Dann können Sie weiterfahren. Ausständen Tempomat auf 80. Ich hab sie am Hauptplatz, hab sie weggefahren sehen und dort bin ich dann nachgefahren. Die ganzen Rotlichtverstöße und das alles lasse ich einmal weg. Ich gebe Ihnen nochmal nur das zu schnell, gell? Gut, dann fahren Sie weiter auf Ihrer Party. Viel Spaß und fahren Sie mit 80. Gut. Achtung Tempomat. Schönen Abend. Verkehrsanhaltung beendet. Verkehrsanhaltung beendet. Chirau klingt einfach so... Baba. Chirau ist einfach ein Baba-Wagen. Wir haben hier einen LKW. Schauen wir mal, ob der zu schnell ist. Wusste ich's doch. Ohnigen 50 Verkehrsanhaltung bei 60.10 mit einem LKW. Kennzeichen noch nicht ersichtlich. Guten Abend. Hallo. Warten Sie mal. Ah, Sie haben mal Kennzeichen drauf. Sehr gut. Check das kurz. UKO144. Komisches Kennzeichen. Herr Rock? Ja? Haben Sie einen Führerschein für mich? Aber natürlich. Gibt es schön. Justin, geh mal. Danke für 2 Euro. Ja, ich kenn dich noch. Einmal... Moment, ich müsste dafür einmal rauskommen. Ja, genau. Komm ins Haus. So, einmal der Führerschein. Dankeschön. Sie haben einen Truckführerschein. Gut. Dann geh ich jetzt wieder zurück. Gemessen habe ich sie mit 87 da gegeben. 80er. Beziehungsweise... Achso, hier ist 100. Hier ist 100, richtig? Ab da, ne? Vorne auch schon die Tafel. Ne, in die Richtung aber auch. Ja, nein, nein, nein. Ob es ab da jetzt gerade aus 100 ist, müsste ich nochmal kurz eruieren. Bleiben Sie kurz stehen. Ich fahre mal nach hinten, gell? Und schaue, ob der auf an die Tafel ist. Informativ. Ich hatte gerade eine Verkehrsanhaltung mit Frau Butch und Frau White. Die waren beide maskiert. Haben sich aber kooperativ und so verhalten. Sie haben nur gesagt, dass heute sie zu einer Maskenparty oder was auch immer fahren. Also... Nur, dass ihr vorgewandt seid. Nach Block. 10 vor. Ja, ist 100. Okay. Dann habe ich ihn zu Unrecht angehalten. Sie haben vollkommen recht. Da ging es den Führerschein wieder zurück. Das war ein Fehler meinerseits. Ich dachte, dass ab da die Stafel gilt. Dann weitermachen. Ich wollte Ihnen sowieso kein Bußgeld ausstellen, aber ich wollte Ihnen sagen, dass es langsamer werden. Aber in dem Fall werden es schneller. Dass ich das mal sage. Selten. Passt. Schönen Abend Ihnen, gell? Passen Sie auf sich auf. Ausstrahl, tata. Gestern hat er beendet. Die Frage ist, der Herr von dem Juwelier schon in Mission Row oder die Herren? Negativ. Ein vor. So. So. Ob die jetzt im RP gemerkt haben, dass ich ein bisschen außer Atem war? Schatz, so wie unser Hund. Unser Hund klingt auch immer so, ob er außer Atem ist, obwohl er einfach nur liegt. Informativ, gerade vier Motorräder mit 160 gemessen. Fahrt Richtung West Highway. Ja, sich Kontakt schon verloren. Richtung West Highway, wo hast du sie gemessen? Burgershot Richtung Oceans. Rund 4… Kling vor dem Beeck zum Kopf. Rundfunk. Rundfunk gegen Rundfunk. chimichretchen schon bis 6. Jetzt ist das erste Mal auf. Auf welcher Höhe hast du noch mal gefilzt? Ich habe einen Berger-Shot. So, Richtung West Highway, nicht Richtung West Highway Daryl. Ja, wir sind West Highway, meine ich. Entschuldigung. Ah, okay. Ich bin jetzt einmal bis zum Ocean gefahren, da ist bis jetzt einmal nichts. Ja, Highway auf dem Ocean ist auch nichts. 20 Strecksprüngen, 100 Liegestellts müssen wir machen. Gut, da bin ich raus. Lichtkontakt hergestellt, Messung 125. Wir haben eins gemacht. Ein Kilometer. Und 20? Versicherung. Mann, jetzt dieser Schleichwege parallel zu E-Turway halten nicht an. verfolgst du ein weißes Klaus Motorrad? Insgesamt vier Stück. Ich bräuchte am besten mal mindestens ein Straßenmotorrad. Ich bin in Deutschland nur mit Heizbinder. Aktuell drei Straßenmotorräder flüchtig. Da ist der 1020 Richtung Merkmal. Die haben sie jetzt gesplittert. Einer fährt Hauptplatz weiter und sie rand dann Richtung Flughafen. Rand Richtung Stadion. Zu einem habe ich keinen Sichtkontakt mehr, aber ich bin am zweiten dran. Ich habe den anderen auch verloren. Der ist da eingesperrt. Wir müssen da zumachen, braucht der Backup. Ja, check. 500 Meter. Er kommt da hinten raus beim Stripclub, beim Stripclub durch den schmalen Weg. Ja, wahrscheinlich brechert sich da durch und haben überhaupt keine Furcht davon, wenn es da auf der Jungs nicht halten wird. Das ist alles in Ordnung, Daren. Er weiß wahrscheinlich, dass du nicht schießen darfst. Wo ist er hin? Ist er weg? Letter 1020, Frage back? Ja, ich sehe was. Der Kollege neben mir hat mir gerade berichtet, er hat ihn angefahren, der Motorradfahrer. Besteht noch sich Kontakt? Ach so, meine Seite. Irgendwer ist gerade noch an einem dran gewesen Richtung Hafen. Wo waren letztendlich für sich Kontakt? Äh, er hat, äh, er hat den Ancheck-Fahrer auf dem Flugplatz. Ich wollte jetzt auf dem Motorrad fahren. Frage, was für Motorräder werden denn geboot? Drei Straßen-Motorräder mit je einer Person besetzt. Ja, das waren so Rennmaschinen. Bokad, Yamaha, irgend sowas in die Richtung. Äh, kannst du mal ein 7 zu schnelles Motorrad Richtung... Äh, Ding. Wo geht es denn da? 1020? Ja, ja, ich meine da... Ikea. Ikea. 1020, hops. Ja, Trick, ich komme. Wir sehen jetzt ein Aufwand am Fotoschule vorbei. Ja, Trick, ich sehe dich auf. Das wäre schon in das Regalbiet. Ja, dann auf. Oh, und hinter mir geht jetzt in den Seitengast. Jetzt beim Post, du wieder raus hast. Ich habe ihn. Vorreden kollisiert. Motorrad ist hart und fertig zugehört und kann auch in welchem FD. Weiter in welchem FD ist gleich in welchem FD vorbei. Ich dachte schon, da renkt ein Spiel, Alter. Gar kein Bock auf VDM. Oh, ey. Okay. Südlich an den Hölten, lang vorbei. Rechenfiel. Rechenfiel. Dann jetzt Industrieflüter runter. Das ist im Industriegebiet Rechenwaffen unterwegs. Holy shit. Das ist im Industriegebiet Rechenwaffen unterwegs. Dann geht's gleich in den Bord. Rechenfiel. Seht ihr jetzt mit dem Board? Rechenfiel. Seht ihr gleich an der Security vorbei? Beide nachfahren. Beide nachfahren. Ob die dann nicht mehr gut ist? Negativ. Außer Motorrad. Ja, täglich wechsel gerade. Über die FD-Brücke. Rechenfiel. Dann gleich dich. Links. Zweimal links. Rechenkanal. Nochmal links in der Mission Roller. Ah, ich hab ihn gesehen. Kleine Magen lang. Beide Richtung. Zugleise. Nochmal links in der Mission Roller. Fährt in den Kredos Tunnel rein. Billboards Tunnel rein. Fährt weiter Richtung der Kredos Tower. Fährt weiter Richtung der Kredos Tower. Wieder links. Rechen unter Führung. Auf den linken. Da sind sie. Fährt wieder dran jetzt in den Shop. Da war der Southward. Er ist sehr schnell auf der Kredos Tower. Fährt von alten Quenny. Fährt. Gestürzt. Ich komm von der anderen Seite hoch. Ich komm auch von der anderen Seite. Andere Seite zu. Ich komm mit dem Lateran überrüber. Los. Persona gibt es nicht. Ich sicher. Ein Motorrad Code 4. Eine Testnahme. Sehr, sehr schön. Ist so der. Frage dem Motorrad. Der Motorrad ist an. Über dir. Informativ. Ich hab ein zweites Motorrad vor Mission Roll. Welches? Ja. Ein weiteres von den Vieren. Ja. Wo Fahrt Richtung? Steht an der Appel. Direkt vor Mission Roll. Ohne Kennzeichen. Person auf vierte. Ja. Wir sind schon da. Ich darf uns ja schon anhalten. Genau. Wir sind schon anhalten. Genau. Wir sind schon anhalten. Hallo. Ja. Hallo. Ja. Wenn Sie sag mal vom Motorrad absteigen bitte. Na klar. Gut. Ja gut. So viele brauchen wir auch nicht. Können, da können, da können drei, können wieder werden. Stimmt's ja nicht. Was ist das? 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 Ich würde sie einmal ganz kurz bitten, sich um zu drehen bitte. Ja. Ebenfalls. Guten Abend. Wir sind erstmal vorläufig. Aus welchem Grund? Ähm. Aus welchem Grund? Wir haben sie gerade eben mit insgesamt drei weiteren Motorradfahrern gesehen. Ich bin ihnen zu dem Zeitpunkt noch im Auto gefolgt. Sie sind vor mir respektive uns geflüchtet. Ich bin geflüchtet? Positiv. Das sind die BD Brücke Richtung. Das sind noch zwei weitere. Ein Motorrad. Was? Was braucht hier? Motorrad. Wir fahren jetzt Richtung. Ähm. Mirror Park dort. Motorrad. Ich mag kein Motorrad. Da bringe ich mich auf ein Feld was anderes, womit sie unterstützen kann. Motorrad. Parallelstraße Bank jetzt beim Handyshop. Wir gehen jetzt wieder Richtung Hauptplatz Arcadius Tower. Straßenrennmotorrad. Das ist ein Rennmotorrad. Da gibt es eine Rennmotorrad. Das ist ein Rennmotorrad. Das ist ein Rennmotorrad. ziemlich miese sind jetzt in der grove street kaufstrick anstelle jetzt richtung hospital unterrichtung industriegebiet jetzt wieder richtung grove street jetzt bei der u-bahn station dort fahren jetzt wieder zurück richtung bennys jetzt richtung abschlepphof gerade durch richtung arbeitsamt ok die us-dauer roters parker setzt ja es rein ist ein bevor er ist vorne ist der links ist er nicht links fahren ist er nicht links fahren Wenn du ein Motorrad verfolgt, das fiese daran ist der geringe Wendekreis, hat man ja gerade gesehen. So schnell könnte ich gar nicht reagieren, dort reinzufahren, ins rote Backhaus. Irgendwie bekomme ich nachher ein Do-Do-Do, wenn der Stream zu Ende ist. Warum? Jetzt Richtung Altes Bennys, runter Richtung Fahrschule. Ich bin recht ab, von Altes Bennys Richtung Jobcenter. Und jetzt Jobcenter hoch. Jetzt Jobcenter vorbei. Ich bin momentan alleine, bin ich rechts ab, fahren jetzt Richtung Hauptplatz. Das sind doch nicht die Standard-GTA-Sirenen. Ich bin durch Richtung Hauptplatz, Fahrplätze, bin ich links hoch, Füllbox oberhalb hoch. Hier kommt rechts, muss ich übernehmen. Fahren weiter, gerade aus Hochnationalen, fahren am Motel, fahren am Motel vorbei, bin ich hinter Motel, links ab. Das sind Waffenladen, Hauptplatz, was mit einem Kollegen vor Unfall, fahren weiter Richtung Postabend. Wir fliegen vorm Postabend, links, runter. Ich bin direkt, schwer vor Unfall, schwer vor Unfall, schwer vor Unfall. Schwer vor Unfall, gestört. Steigen wieder auf. Hallo, hallo. Morris, Morris wolltest du hinten bei dir mitfahren? Ja. Sirene aus, Sirene aus. Adam, 37, geht geschlossen, 10-7, schönen Abend, euch noch. Äh, oh, 37, Adam, 38, geht geschlossen, 10-7, schönen Abend, euch noch. Sirene aus. Ah, der BMW. Sein. Gibt's in irgendeinem... Oh Gott. Brauchen einen Arzt. Na, äh, ich rufe mal ab, die. Ah, ich glaube, ich bin so, wir sind mal angebrochen. Scheiße. Ziemlich scharf gegen die Leute. Ich will wieder abziehen, ja? Bitte? Ich will wieder abziehen. Ja, ja. 30, David, 10, 76, Mr. Roe, PD. Ah, 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 ah. Wo haben sie Schmerzen? Ah, liege, liege, liege Arm. Bleiben sie auf jeden Fall ruhig. LFT, verständigt. Ja, warte, schauen wir, dass man... Warte, ich schau mal, ob ich erzählt mit hab. also ich finde es super ja das ist das ist nicht die standards sirena wollte nicht sein bitteschön bitteschön Ah, eigentlich in die Sonne, alle. Ich hätte so schnell waren, ich hätte angesehen. Mh. 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 nichts an bei ihnen, alles gut. Ihr linker arm ist doch auf der anderen Seite. Ich greife sie gerade nicht an, alles gut. Und außerdem bin ich beim rechten Arm. Checkt nur Impuls. Alles gut? Ja. Warte, ich bin nochmal 25 Euro. Moin, für dich mit bestimmt 100, 150 Sachen in die Kurve gegen die Laterne. Ich werde mir mal erzählt, dass Schatten da gehen. Ja, passt eh. Nein, ist eh so. Na, passt eh. Hat Schmerzen im linken Arm. In der Arm und ich habe mir viel, dass das Schlüsselband immer gebrochen ist. Vor Monaten ungefähr. Danke nochmal für 25 Euro, lieber Lord FB. Das ist selbe? Ja, ne? Das ist der FBI-Modell. Mhm, dann ist es nicht das selbe. Guck ihn eigentlich in Tänzer, wenn. Schönen Abend. David. Tag noch mal wieder um. Wo hin? Ne, wir sind nicht mehr Tänz, wir sind nicht mehr Tänz, wir sind nicht mehr Tänz 50. Oh, da. Tänz 1? Ja, wo steht? Was? Ach so. Ne, ich bin nicht mehr Tänz 50. Wie bin ich Tänz? Dann fahren wir mal zu den Mechaniker. Richtig geiler Stream heute, for real. Macht richtig viel Spaß. Es ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Es ist genau richtig. von der Action her. Das Loben. Das Mikey. Die Mechaniker haben gerade ein bisschen Stress. So. Mauli Macaroni. Da ist ein Marshal von Bonkopp. Der Kollege Cesar im Dienst. Ich gucke was dabei. Cesar. Na negativ, der ist nicht da. Na, da hat sein Fahrzeug nämlich bei dem Mechaniker vergessen. Ist mein Auto auch bei dem Mechaniker? Meine Highspeed. Es steht ne weißen Mustang, steht vor der Tür, aber das wird's ja nicht sein. Steht da kein? Steht da kein schwarzer? Servus. Wir kommen kurz zu Fuß rüber. Aber sonst steht da keine Highspeed. Wo ist er denn jetzt? So, wo ist er denn jetzt? Kein Warn, du bist gerade knusprig. Na, sonst steht da nichts. Wo ist er? Ich bräuchte mal für eine Reparatur für den Crown Vic. Der hat heute schon ein bisschen was mitgemacht. Linken... Äh, Linken... Ich würde das machen. Ich würde das machen. Hört. Und ich würde gerne meine Rechnung machen. Äh, MacRaisal hat nach Ihnen verlangt. Äh, ich bin gerade nicht... Äh, wo denn? An Mission, Rory. Ich sag, der soll sich später nochmal kontaktieren oder Sie kontaktieren. Ja, äh... Ja, sag ihm, ich bin in 10 Minuten da. Ich vermute, ich warte von wo umgeht. Alles gut, der ist eh nicht mehr da. Ich hab gesagt, der soll sich spätestens in einer halben Stunde wo gehen. Ach so, okay, danke, Tentwa. Hallo, was ist denn da los? Er wird verfolgt. Telefonnummer wäre 81239. Hallo. Hallo. Aber was ist denn die los? Au, was ist... Irgendwie... Ihr treibt sich mit dem Geist rum. Hey, die ist doch da. Hast du nicht gesehen oder was? Ne. Hä? Hier ist niemand. Irgendwo ist hier jemand. Das hab ich schon mal erlebt. Er schlägt nicht die ganze Zeit. Ah, hier ist... Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ja, hier ist... Jetzt hol mal rum, Land. Mann! Ja, hier ist ein Geist von einem Kopflosen. Das ist sauer auf ihn ist. Ich glaub, das ist deine Highspeed, oder? Soll ich deinen Pavillon gleich bei mir reinpacken? Ja. Du hast deinen Pavillon noch hier stehen. Soll ich das gleich bei mir reinpacken? Ja, nimm's mit bei dir. Ich bin vor. Ey, ich schwör, ich war noch mal. Wie viel? Kannst du den Explorer? Aber du hast auch kein Physiker, auch keine Chemie, weil es obligiert in die Schule ist. Jetzt kommst bestimmt nur, weil es meiner ist bestimmt wieder gleich eine Million oder sowas. Ich glaub, du bist blind, mein Highspeed steht noch da. Dann machen wir einfach das. Ha, 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 ha. Ja, Theo, jetzt scheiße gelaufen, wa? Kann sein, dass der Mustang vorne eine Delle drin hat? Ich glaube schon. Vielleicht auch da vorne, ne? Schaut aber übel aus. Man hat auch gleich einen Knick in der Optik, Alter. Mhm. Schaut übel aus. Ja, ich glaube da vorne, ja. Warme Auto. Das Mustang meint schon. Ne, 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 ne. Wurde heute schon vom Herrn Wittenberg mit Ihnen verglichen. Weil ich den, weil ich den Max schwarzen Mustang gefahren bin. Sie wurden mit mir verglichen. Mein Beileid. Das ist doch der Moralzitter, nein. Mein Beileid. Manche siezen sich, manche... Die anderen duzen sich so. Irgendwie manchmal duzen sich, manchmal siezen sich. Das ist ganz seltsam. Road to 20 Likes, oder? Easy going. Wenn er mich irgendwann mal siezen sollte, hast du ein Bein weniger. Bitte was, Herr Seowitsch? Was haben Sie gesagt? Ja. Du bist egal. Ja. Du bist egal. Das wiederholen Sie jetzt noch einmal. Was? Das ist immer noch dein Vorgesetzter, Herr Seowitsch. Ja, ja. Du wirst das nächste Mal Bürodienst machen, gell? Innendienst. Sehr beliebt bei uns. Du darfst dann die Leitstelle machen. Habe ich heute sogar gesagt? Hätte ich sogar Lust mal wieder drauf zu machen. Habe ich heute sogar noch gesagt, oder Möller? Mord am Hauptplatz? Hä? Mord am Hauptplatz. Äh... Mord. Mord. Mord am Hauptplatz. Mord am Hauptplatz. Okay. Danke für 20 Likes. Roll to 20. Ich hoffe, ich bin SPD für einen Waffenschein. Der Herr McWazel will mich sprechen. Wahrscheinlich, weil ich einer seiner guten Jungs wegen illegalen Waffenbesitz in seiner Pizzeria festgenommen habe. ja aber nicht alleine wollte ich gerade sagen das wird wahrscheinlich jetzt aber ich habe dem herrn schein das jetzt auch so erklärt alles mögliche sucht ihr irgendwen der dich begleiten soll wurscht nimmt ich auch gleich mit mich ja jetzt werde ich schon wieder von meinem partner getrennt wir dürfen nie auf einem fahrrad fahren wir zu dritt dahin und dreifach von wem ist eigentlich der tahoe da hinten und wir brauchen dann einmal eine abholung am aus zu 20 likes oder wir haben sie danke jett cj sag mal danke du piskopf du hast sie mich mal um wir sind keine halbe petroler also wir machen am werden sonst ich nehme dich dann mit und dann wenn die highspeed fertig ist bringt dich wieder her ja machen wir so schauen wir mal zur pizzerie können sie ein dispatch schreiben wenn die highspeed fertig ist ja da kann ich mal wieder jetzt muss man machen ist kein thema die pizzerie ist offen ich schaue dann gleich noch mal hast du ein paar uniform bei dir ja schau dir im kofferraum statt ich habe mit ich habe mir einfach da ich habe mir einfach deine geklaut ja deshalb frage ich gerade ich habe die bett hier ab und zu sehr auf sie drauf mal grüß dich heute mal nicht auf dem dach oder sag ich zu meinem commissioner der hatte gestern der war es schade dass du gestern nicht da war 405 dollar was haben wir gemacht ja wir hatten gestern mal einen kleinen aus auch das war der hat ja der hat der hat in karte der hat egal nehmen wir uns das herzlichen dank dankeschön gerne wieder schauen dankeschön tschau tschau ruhigen dienst danke ebenso ja 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 der liebe herr edward hat gestern mit dem kartenkopf in sand gesetzt aber zweimal oder ich glaube zweimal man verunfallt der mensch eigentlich nicht weiß nicht er ist ja nicht umsonst der kommissioner und geht fast nie auf streife beim posten als kommissioner macht er perfekt aber fahren ist ja das haben wir schon oft gesagt das liegt daran weil er viel im büro zum sparen verwehren ja da wo ich noch kommissioner war er hat auch schon unfälle baut wo er noch draußen war dadurch habe ich seinen talent als kommissioner erkannt ich bin mir wieder gar nicht auf dem bmw ist das kartell der mcwazel sie wollten mich sprechen ich störe sie ungern ja ich wollte einen waffenschein haben würden denn wollen sie von mir haben ich habe einfach gefragt ob irgendeiner da ist also beim explizit mein name ausgerufen wurde dass sie mit mir sprechen wollen ich hatte ich hatte nach es hieß dass es nur einer von den die ersten commandern oder höher irgendwas machen kann und dann habe ich halt gefragt ob rufus da ist eigentlich müsste die stellen eigentlich müsste offen sein aber ich hatte vorhin halt schon den dispatch gesendet das hat doch keiner zurückgerufen hat ja es ist gerade ein bisschen stress wenn man darüber schaut in die richtung braucht es beantworten abend es ist aber habe ich gar nicht drauf gerade als es gerade bilder ja ich habe vor circa zehn minuten zu dem anderen officer gesagt habe dass ich in einer halben stunde einfach noch mal probieren ok ja sonst lassen wir ausrufen dass die stelle geöffnet hat dann ja das wäre auch nicht schlecht passt das war es eigentlich schon na passt dann war es nicht frohes fest danke war eine notte und die anderen grüße ist die verfolgen noch im gang keine antwort ist auch eine antwort ja negativ aber wieder leise das war gar nichts von der verfolgung mitbekommen doch die mutter wieder mutter ein motorrad kein vortanker denn hier los ja hier ist ja hier hat abstauschen abgenommen weiterfahren hier gibt es nichts zu sehen ja 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 ist eh wurscht na geht eh um nix hier ist kein��chen Wie er leibt und lebt. Der Guiti. Die FPS nehme ich, wenn kein Licht ist. Einfach doppelt so viel FPS. Schaut mal, wie smooth das jetzt ist ohne Licht. Bleib ich nur am Dienst? Wie viel Licht eigentlich ausmacht. Schaut mal, wie smooth das Game auf einmal ist. Ja. Der Motorrad war kein Kennzeichen montiert. Das war so ein grau-schwarzes Motorrad. Weil ich heute mal Straßenwagen fahre. Die Quote war trotzdem gut. Eigentlich alles bekommen. Der ist geil, oder? Der ist richtig gut, ja. Der andere ist auch nicht schlecht. Ich kenne mich doch aus mit Fahrzeugen, ey. Trotzdem hast du dich überschlagen, Sejovic. Ja, ach komm. In den Hills mit 50 Keimen. Hallo? Ja. Da hat jetzt einen Geist drin, der irgendwie Leute schlagen soll. Ja. Wo ist der? Müssten Sie einen Mechaniker fragen, der ist Opfer. Das ist ja die Frage, das ist ja ein Geist. Wo ist der? Wir wissen, wo er ist. Also da würde ich schon einmal das Gift gegen Kopflose aussprühen. Jack, wie geht's? Ja, wir brauchen hier so Räucherstäbchen und so. Ja, genau so. Voodoo. Nee, Voodoo ist es. Scheißegal. Gegen bestimmte Personen. Scheißegal, einfach in die Gruppe rein. Warte, ich halte die Taschenlampe richtig. Dann reiß. Ich sprech den Tauerspruch aus. Stimmt, warte mal. Ich mach, ich mach. Gegen 15 von 15. Warte. Ja, jetzt Tauerspruch aussprechen. Informativ, das ist nicht der Herr Jacob Benham. Das ist der Herr Ben Black. Ist sicher sehr effektiv. Hier ist es passiert, hier drinnen. Dann müssen wir hinten ausräuchern. Wegen Ektoplasma. Bist du deppert, das sind alle deppert. Explosion, richtig? Besser auch keiner mehr, oder? Nee, äh. Ich habe mich ja negativ. Das ist doch keine Explosion, das hört man doch gar nicht. Nein, doch. Also ich schieße dich. Ich glaube, ich habe mich gerade angeschissen. Ich muss einmal weg da. Okay, na gut. Komm, wir fahren weiter. Hab ich ja so. Luft 1 war erst oben. Oder sollen wir am Ende jetzt noch R1 eine Runde fliegen? Das wäre eigentlich perfekt dann zum Abschluss. Lincoln 15 würde eine R1 besetzen. Will jemand mitkommen? Ja, wir treffen uns am Dach Mission Raw. Ja, wir treffen uns am Dach Mission Raw. Ja, wir treffen uns am Dach Mission Raw. Front. Away. Fl hesitate negative. Nee, kein Stream Ender. Geht vom Jürgen G-Täter. Positiv. Ich hink tend wäre im Haus, aber ich habe aktuell einen anderen Täter noch. Exrall 176, Judiens. Ich habe einen Dodge Charger auf Highway von Twergen gelaget. Wie ist der Status von den Juwelenräubern? Der letzte wird jetzt ins Außen gebracht. Ah, den vorher erst, okay. Ähm, informativ, ähm, der Fahrer von dem Straßenfahrzeug, dem habe ich versprochen, dass er eine Strafminderung kriegt, weil er sich so kooperativ verhalten hat. Also wer auch immer den abarbeitet dann oder gebt es mir. Ja, können Sie auch übernehmen, wenn Sie möchten. Ja, mir ist wurscht, nur Hauptsache er kriegt das, was ich ihm da versprochen habe. Ja, den Fasslern. Kann er noch mehr schwimmen? Alex, hier war's. Mr. Marshall. X-Roman, mit der Frage, in welchem Zimmer befindet sich die Nummer 3? Äh, ist gerade auf dem Weg ins Auto. Ich bin noch immer im Juwe-Eintrang. Gott. Er hat mich irgendwie umgetragen und dann nicht mehr zurückgetragen. Danke für nix. Er befieße Sie mit einem Panalytics mit einem Straßenmotorrad mit dem Kennzeichen Club 27. Moin. Servus. Da. Grüße. Das ist perfekt. Okay, das ist mein Platz, geh auf die andere Seite. Gönnachs. Grüße. Moin. Guten Tag. Volle Besatzung, Alter, das taugt mir. Wir müssen es noch alle eintragen. R1, Ten8. Start. Start und Ding müssen wir dann nämlich auch noch. Oh, den Flug. Da bin ich gerade dabei schon. Immer dran denken, zu schnell landen, das ist auch ein Abschluss. Ich hoffe, ich darf noch nicht. Da kam das Zitat von Edwards. Frage, wer ist Edwards? Ich bin nur Crash-Wort. Ich steige mich bei dir einen Ohr. Wow. Was ist das? Ich bin für die 9.7. Ich schaue mal, was wir kennenlernen. Wo fliegt man hin? Ich weiß nicht, was ihr vorhabt. Ich bin einfach dazugekommen. Okay. Ja, dann... Ich schaue mal los ab. Ich schaue mal los ab. Nochmal. Wer ist denn jetzt alles an Bord? Äh, X-Ray-1 für dich. Äh, Hobbs genehmigt, ja. Und Noah. Ah, und Noah. Grüelich bei der Begratulation und Hobbs dann für die Beförderung. Ja, wir sind. Dankeschön. Danke. Ich wollte in CAD eingetragen und habe mich gefreut für euch. Ja, ich wurde auch befördert. Ich bin auch Lieutenant 2. Das hat sich ein Glückwunsch. 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 Boah, Hobbs, Alter. Der hat weh getan. Das ist zweit, danke schön. Wenn ich falsch bin, würde ich sprengen. Warte, ich geb dir einen. Das ist Wasser, oder? Dazu kannst du ja alles suchen. Gehen wir mal die Küste abfliegen. Endnotlauf, jetzt haben wir nicht so viele Augen. Ich bin gar nicht im Punkt. Ich schaue nicht, ups. Einser sind wir drin. Wow. Ey, fröhlich. Ja. Falls jetzt eine Schießerei reinkommt, wissen wir was wir zu tun haben, ne? Ja, aber das ist doch ein Einsatzwagen, oder? Das ist Security, oder? Ja, Security. Ja, wir haben eine Aufgabe. Du bist ja eingespielt. Das ist leider wahr. Warst du da da, Hobbs, wie die große Schießerei am State wissen war, die Tage? Äh, ne. Ich hab's mal vom nächsten Tag in den Marken gesehen. Ja, das war so gut. Noah, jemand hat versucht auf die Avon zu schießen und Noah einfach nur seine 60 Schuss, die hat einfach zurückgeschossen. Und er einfach nur gerannt und wusste nicht wohin. Außen von Maddy, oder was? Ja, 100, 120 Schuss waren insgesamt bis ich Maddy gedrückt hab. Ja wirklich, letzter Schuss am Magazin vom zweiten und der, die hat gesessen. Lieber zu spät als nie. Ja, ist schon gut. Ich bin mal kurz nicht ansprechbar, aber ich hör was, ne? Nächster Halt. Human Labs. Welcher Ausstieg ist schon? Schade, diesmal keine Biker hier, ne? Keine Biker da? Das neues Headquarter, oder das? Das letzte Mal sind wir glaub' zu fünf oder zu sechs gekochte Mangelpflanzen. Okay. Gab's ne riesen Schießerei am Ende. Das auch noch, zu fünf. Haben wir ne Schießerei gemacht, okay? Wir haben Mangelpflanzen und gekocht und wollten dann mit uns verhandeln. Ohne Geisel. Kann man machen, warum nicht? War sicher ein riesen Spaß. Gut, wir haben ja gesagt, sie kommen raus oder die kommen rein. So, wie sie es anhört, als sie dann rein. Äh, genau. Alex, das machen wir. Gitarren shoppen und Verstärker. Und ich darf dich dann wieder zulabern und nerden über Gitarren. Lieblingsbeschäftigung. Bis dein Gehirn dann platzt vor Information. Ich hab eh schon wieder News aus der Gitarrenwette, Alex. Schon wieder News. Schon wieder voller Feuer und Flamme. Es hört nie auf. Es ist ein nie endender Kreis. Es hört einfach nicht auf. Mhm. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, als es bei den Hubschraubern noch kein Handschnallgurt gab. Alter, was da Leute und ich, mir inklusive, rausgesprungen sind. Ja, das ist mit dem Händler. Ich bin dabei. Ja, dann kommst du. Das ist ja schon da, ne? Wenn wieder der Druck zu hoch geworden ist. Oh nein, ich lüfte sicher dazu. Ich bin hier. Ich bin hier. Alex, ich muss selber sparen. Das Gute ist, oder das Glück, was ich hatte, ist, ich hab vor meinen großen, sag ich jetzt einmal Ausgaben, hab ich mir alles in der Gitarrenwelt irgendwie gegönnt. Oder halt vieles, wo ich eigentlich damit so zufrieden bin. Das heißt, ich bin da eigentlich sehr zufrieden und der Rest hat halt noch Zeit, so. Wenn ich noch irgendwas hab, was mir taucht, dann spart man halt drauf. Aber ist wurscht. Trotzdem darf man schauen. Ich stich mir dann halt selber ins Herz. Okay. Nicht in der A1, bitte. Okay. Ich weiß nicht. Irgendwie ist gerade unser Helikopter gehackt worden. Und ich hab da gerade so ein Geist im Monitor gehabt. Okay. Okay. Ich kann es euch nicht erklären, aber es war irgendwie gerade traurig. Alex, wir schauen uns beide einfach Vintage-Gitarren und dann weinen wir im Chor. Lea, Lea, Lea. Ja, bitte. Wir können nicht helfen. Nö, warum? Was? Ja. Ein bisschen hab ich mich schon erschrocken, aber jetzt nicht so extrem. Da gab es schon mal Schlimmere. Junge, ich hör dich nicht. Der Helikopter ist so laut. Was ist denn los? Zuppiert. Ja. Wenn schon abstürzen, dann voll. Wie am Wochenende. Ich verstehe dich. Wir reden nachher, wenn ich gelandet bin. Ich hoffe, deine Decker auch. Tschüss, Alex. Links, wenn es links ist, deine Decker. Ja, ok. Alle legal unterwegs. Schon da unten ist ein Motorrad. Unter uns. Deine Dewey? In der Stadt? Ja, interessiert uns nicht. Seht ihr den noch? Na, doch. Da ist 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 doch ein Kennzeichen oder irgendwas. Schaut doch mal bitte in die Kamera. Ist aktualisch. Wer durch die Gerne. Ja, der hat vorhin wie den. Achten. Wir fahren jetzt am ehm. Ja, das ist ja nicht richtig. Die Stimmschule vorbei, weiß aber nicht. Ich bin jetzt 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 nicht. Er erkennt. Er ist unmaskiert. Er ist unmaskiert. Dann wieder rechts. Richtung Supreme Court. Ich bin jetzt schauen, ob er ein Kennzeichen hat. Ich bin jetzt nicht. Da woher rechts zu dir. Wird man jetzt? Wir sind jetzt. Äh, Jus. 1,2. Wazwag. Ja, nur kann der Formante. WZX. 7,6. Wazwag. War schon. 20 Kilometer. Okay. Abgemeldet, Ryan, done, der ist nicht angemeldet. Achso. Interessant. Wie war das? EXC abgemeldet, WZ-X-76. Weiter hoch, genau. Abgemeldet, Ryan, done. Da kommt ein Aufmerksamkeit. Da kommt ein Auto hinten nach. Einfach an der Nationalbank hoch Richtung Hils. Sie biegen davor rechts ab hinter die Nationalbank. Kennzeichen auch. Ja, ich gucke. Ja, ein Kennzeichen. Links von hinein ist auf der Straße Richtung 1. Eingemeldet, Mark, doch noch mal, ja. Ja, check. Ich habe eine Gibson, das Ball. Eine Schecter und eine ESP-Equipse. Und meine Erstgitarre, eine Ibanez. Wir fänden wohl nach einer weiteren Highstreet oder die R1. Denkste, wir wollen das nicht heißen. Gut, dann responden wir halt dort nach. Ja. R1, R1. Schau schneller. Ich hab'n. Hm? Hat einer Kopfschmerzen. Schmerzen, mach ein bisschen die Bekommst. Die Hüte sind jetzt gut. Machen Funk immer extrem laut. Spurty. Ja, keine Ahnung. Ich hab' Kopfschmerzen. Das ist ja 100. Ich hab'n Falster. Das ist, habe ich schon vor mir. East Highway. Höher sein die Liste. 500 Meter Weiter Richtung, Palito unterwegs Das war's für Kollege, alles gut Ich zieh geradeaus durch Sagt mal, wenn ihr ihn sehen solltet Die Fahrzeuge vom Mechaniker wurden jetzt angeholt, Adam James, das Fahrzeug steht Irgendwo noch einen Hinweis? Wo war letztes Lichtkontakt? Ja, Höhe, S&G, 2-Way-Fan-Auswert Frage, ist denn er die wie? Ja, positiv, aber keiner Ja, hat den Kopfschmerzen, aber weg Welche Farbe hatte der, ähm, Kurakar? War's Sion war's, 31er, ich weiß Macht ja kein anderer Aber nice try, nice try L1-13, L1-36, Kurslerzeit 237, Kennzeichen Schauen Fähren wir nix, gell? Ne, sauber Ja, der ist weg Er ist schlecht und sind nicht abgefahren Man, jetzt war hart, halt geistkranke Kopfschmerzen 5 Sekunden Dann machen wir weiter unseren Job Genau Und meinen Hubschrauber verfolge ich ungern Weil das ist ein bisschen immer Irgendein Notfall Lenken, 60, jetzt vorne Hier wird schon jetzt sehr gestresst Was ist da eigentlich was? Ne Das sieht so aus Wie lange sind wir in der Luft schon? Du bist extrem leise, Hobbs Achso, warte, ich höre am Blistern Wollte grad sagen Ist da irgendwo was in den Spalten? Äh, sieht zauber aus Ich kann mich noch erinnern, das war einer meiner ersten Pflanzen, die war da hinter den Silas da drin Ja Oder links, bei den Wohnwägen Links von den Nahen mit der Frage, hat er der Huracan schwarz-lila? Links von den 6m 1086, äh, bei Volkswagen 29 Meine Antwort ist auch noch Ja Dein Kollege ist, ähm, von Zuby, glaub ich Lamborghini, könnte Huracan sein, fährt jetzt Sandy Parkplatz weg Und die, äh, ich bin noch da, äh, war ein schwarzer Huracan, den klassischen Huracan, schreif, äh, schwarz-gelbes, kennt's halt niemand, glaub ich Ja, so ein schwarzer Huracan fällt jetzt vom Sandy Parkplatz weg Ah, oder? Der da unter uns Fällt jetzt einfach bei Okay Das ist aber Lila Lila Nee, fährt mal in die Richtung Schwarz-Lila Das ist schwarz mit Lila-Pärle Ja Äh Schau mal, Warnhack Fischwur für die Klingt denn Klingt denn Hat aber ein weißes Kettdruck Na, damit auch Kann ich nicht Da der Kocher, schau, schau, wie der Kocher da unten fährt, schau Da kommt dir aber ein schneller Kocher entgegen Warn, dir kommt ein schneller Kocher entgegen? Ja, ist ein blauer Kocher, auch in Sandy An die Einheit da unter uns Der hat noch an der Sattel-Pomaten Der braucht 90 kmh Schau mal, ob's angemeldet ist Kipp mal, ob dein Kennzeichen kriegst Wir schauen nochmal, ob er angemeldet ist Äh C Q Z 641 Der hat ans Gemüse Ja, ist angemeldet Paul Lila Woll Woll Wolle Wolle Auf der Rennstrecke ist immer noch schnell Wolle Wolle Saubere Akte Ja Der macht wohl einen Campingausflug Oder er ist einfach zu gut, dass man ihn nicht erwischt Wolle 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 Route 68 Hangstelle auf den West High Valley Stadt Ausfeld Richtung Palito Aktuell Militärtunnel Kann sich kontaktieren Da ist er Checkt dann bitte, wenn er ins Gegenkommen in Richtung Palito hochkommt Ah, Achtung Schauen wir mal Sie werden schon an Unterstützung irgendwie fordern Wir checken mal weiter die Büsche Hier Hier Ja 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 Frage Ist aktuell noch eine Einheit da, die bei Mio Villero beteiligt war und einfach die Akte für die Neintäter noch erstellen können gleich Das ist Mission Row Das ist Mission Row Das ist Mission Row Ja Das musst du machen Die Akte wegen Juve Unerst Jetzt genau in Palito, jetzt für Hühnerverarbeitung Wir fahren weiter in Richtung I Für Palito Die Tankstelle Und die sind gleich dran Vielleicht kann ich den Du sogar zu einer Schnellbehandlung Weil da sind keine Einfahrten Ich habe das schon mit 30 Grad nachs Einreicher noch Wir fahren jetzt in der T-Serveil aufzufahren Wir fahren jetzt in zweiter Stadt auswärts Da oben steht der Auto Ja Deiner Deiner passiert Weiterhin Einwert Durch die Flugkurve R1 Kriegen wir euch noch dazu? IHA Kitz 2 Wo seid ihr gerade? E-Serveil Tunnel vorbei Jetzt Richtung Wie auch da ist Schon der Zweite Deine ATV Den wir mit ihm haben Der soll diesmal nicht wegkommen Sieht noch Ja Ja Wir haben noch Sicht Alles Gute Wir fahren jetzt gerade Kilos Fahren in Sandy 1 Zweikörper Eingedreht Ich habe sein Gesicht Genau Ja auch Richtung E-Serveil Richtung Palito Ja ich warte jetzt einfach mal Ich suche mal da einfach gegen ab Und wenn er dann irgendwo da herkommt vorne wieder raus Suchen wir mal da einfach Und jetzt wieder Höhe Deiner weiterhin Palito Einwert Im Gegenverkehr auf der Spur Nagelbänder gelegt Ja negativ zu schnell 300 Wie Versuchen Jungs Versuchen Jungs Wir sind Palito angekommen Dankstelle Ja alles gut Wir übernehmen Punkt mit dem Atom einhalten Ja negativ Geh du durch Wir könnten vorne an der Bauchstelle Nein Weiter Richtung Ich wollte ja da eh noch die Berge absuchen da Genau Linken können Sie sind durchstehen Und wie lange bräuchtet ihr noch? Ten One Wie lange bräuchtet ihr noch Air One? Nein Wir sind Höhe Militärpass Wir folgen nicht aktiv mit 11 Davies Ten Seven Euch noch einen schönen Abend Messe ich wünsche euch Hopp Ciao Geben so, danke Gute Besserung Wir tippen aber Weitern ab Weshalb West Highway Mit der 100 Fahrt kommen wir eh nicht hinterher Wenn er West Highway ist dann fangen wir ihn ab Aber sonst nachfliegen wir Wir sind gerade West Highway Gleich Höhe Hat sich verunfallt Dreht wieder um Richtung Palito Einwert Ach komm West Highway Wir fliegen da Wir sind jetzt wieder Palito Einwert Nach der Brücke liegen Statt Richtung Palito Nachbänder Auf welcher Seite? Richtung Palito rein Die nachfliegen du jetzt leider die ganze Zeit Kommst du eh nicht Wir sparen 8.300 fahren Wir haben den nur noch 7 Minuten spät Ja Versuchen wir lieber da noch die Gegend ein bisschen ab Wenn man da jetzt unten entgegenkommt fahre ich mit Da fahre ich mit Sonst Ich fährt ja wieder nach Palito Jaja Und dann am East Highway dreht er wieder Richtung Palito Ganz im Land dann gehe ich voll tanken Schwer verunfallt Schwer verunfallt Ja Heißt schwer verunfallt Ich doch nicht voll Kannst du eh meistens weiter ne Kannst du eh meistens weiter ne Ja wahrscheinlich braucht es weiter Ja wahrscheinlich braucht es weiter Aber ich muss dann ins Mission Row wegen der Akte noch Weil der eine Täter vom Juve war Echt sehr kulant Und ich habe ihm versprochen Das er deswegen ja strafe nicht zu haben Schönen Abzeugen Pass auf dich auf Okay Ja der ist mit 100 Ist der verunfallt und ist stehen geblieben Und da hab ich gesagt Ja Man fängt an sie ihn zu weiterfahren Hab ich gesagt Verhalten gehört gelobt Black-Auto-Fahrer FD ist verständigt Du willst jetzt gerade verständigt Oh Was? Was? Doch steht Wir müssen Abstand Das Auto rauf Sehr gut Passt dann fliegen wir Mission Row, oder? Ja 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 wo ein 1076 Mission Row Danke Jungs das mitfliegen Gerne Ja schnell sie am besten auch auf den Relfstreifen Kollege Jetzt kommt die Bruchlander Ich kann bloß eigentlich fahren lassen Oder es ist sogar SWAT Was ist noch ein Heddy? Ach Ich hinweil nicht Nur noch der Kollege mit Camaro müsste weg Lingen 26 mit der Frage an einem Kollegen der in Palito ist Können Sie mir kurz bei der Einfahrt Palito helfen? Ich bin ein leichter Unfall Wunderbar Der 1-107 kill Lander 20 Danke an die Commander Danke an den Lieutenant War mir eine Ehre mit euch geflogen zu sein Gerno 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 Das war ja bei mir noch abendlos als bei ihm. Die armen Zuschauer. Butti hat liebe Grüße zurückgeschaltet. Kuss geht raus. Eieieieiei. Was ist denn da schon wieder los, Alter? Du darfst dir schon wieder keiner erzählen. Ah. Ja gut. Gut, Freunde der Sonne. Grüße zurück von Butti. Dankeschön. Ja gut, Freunde. Wann kommt man wieder Ready or Not? Vielleicht die Woche mal wieder. Wenn Wolfi, Smokey, Kurt und alle die ganzen Ehrenleute mal Zeit haben. Dann können wir mal eine Runde Ready or Not auch zocken. Dann können wir ballern. Auf Ehre. Na, auf jeden Fall, Leute. Danke, danke, danke. Kuss, kuss, kuss. Und... Ich geh jetzt kurz zurück, Trollen, Alter. Wo ist der Kurt, das blöde Stück? Achtung, Chat, ich geh jetzt. Kurt, wo bist du? Du? Ja. Äh... Ich geh... 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 Jetzt mach ich das aus, schau. Warte mal. Audio. Umschalten bei Fokusverlust. An... Jetzt... So, Freunde. Ich danke euch von ganzem, ganzem Herzen. Lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da auf den Stream. Lasst gerne auch bitte ein Kommentar da nach dem Stream. Das ist alles. Jeder Like, jedes Kommentar. Alles ist gut für den Kanal und kostenloser Support. Schaut Instagram, schaut Discord vorbei. Und, ähm... Ja. Danke für den kostenlosen sowie kostenpflichtigen Support. Ähm... Magnite noch einmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für 30 Euro mit Überweisungsgebühren. Ich küsse, küsse, küsse dein Herz. Dort, FB, spezielles Danke heute. Dann haben wir noch natürlich an Rafi. Dann haben wir Max Heinrich, ganz dickes Dankeschön. Natürlich auch an Barda, wie immer, Nobody auch. Dankeschön. Und, ja, die ganzen Ehren, Leute, ne? Ich küsse alle eure Herzen und wir sehen uns im nächsten Livestream wieder. Wahrscheinlich übermorgen oder über, übermorgen. Kannst du mir versprechen, beim nächsten Stream eine Durchküsse-Runde zu machen? Versprechen tue ich's nicht. Aber wisst ihr was? Ich verspreche's euch, dass wir nächstes Mal eine machen. Ich verspreche's euch. Und ihr müsst mich daran erinnern, okay? Ihr versprecht mir das. In diesem Sinne, Freunde, gute Nacht. Buona Notte. Hauen sie rein. Und... Ciao. Danke auch an meine Mods. Kuss und Liebe geht raus an euch. Und danke, Schatz. Und... 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 ...